Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnen-Systeme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer, kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist. Wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleiten. Verstanden. Leite zu Landebahn 11 um. Frachter 4019. Wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 11. Bestätigen. Hey, wie geht's dir zu? Bestätigt. Anflug Landebahn 11. Okay, jetzt du. Okay, Hacker-Modul platziert. Ich kann nicht mehr die D-Zielerfassung nehmen. Na super. D-manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tower, wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen. Feuere. Der Kampf zieler. Feuer. Oh scheiße. Runter! Erledigen wir das. Da kommen sie! Taylor, Ablenkung läuft. Vogel am Boden. Bestätigt. Wachen rücken aus, um auf den Absturz zu reagieren. Weiter zum Paket. Schnappt ihn euch, bevor ihr auspackt. Oder Schlimmeres. Okay. Sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. So. Und ich drücke einfach mal kurz Pause. Und will euch herzlich willkommen heissen zum Call of Duty Black Ops 3. Ich werde das Spiel heute versuchen, in meiner erfolgreichen Serie ein Spiel, eine Folge in einem Ruck durchzuhauen. Und möchte euch natürlich auf die Reise mitnehmen. Call of Duty, die Kampagne. Ich habe gehört, sie soll etwas länger dauern, als man es kennt als Call of Duty. Aber naja, gucken wir mal. Ich erwarte mir einiges davon. Und ich hoffe, ihr habt, ja, auch so viele Erwartungen wie ich. Und auch so viel Spaß wie ich. Äh, ja. Ich denke mal, die Kampagne wird super, wie bei jedem Call of Duty. Wer auf solche Dinge steht, auf Action, Geballer und so weiter, ist hier genau richtig. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ich drücke mal auf Fortsetzen und wir lassen uns mal überraschen. Viel Spaß! Ich habe meine Tasten. Ich habe meine Tasten umgestellt, aber irgendwie hat es die Steuerung nicht übernommen. Ah, oder so? Hm, ich weiß nicht. Gucken wir dann. Oh shit, ich brenne. Haha. Irgendwas aufheben. B. Okay. Juhu, wir haben ein Sammelstück. So. Unten rechts seht ihr natürlich, habe ich wieder die Frames eingeblendet. Kopf und unten halten. Fortschritt wurde gespeichert. Von hinten ein bisschen in den Rücken stechen. Schadet nie. Schadet nie. Das neue Setting in der Zukunft, ja, irgendwie passt das gut. Ich finde, sie haben den guten Mittelwert gefunden. So zwischen Zukunft und doch nicht zu viel Laserscheiß. Finde ich eigentlich noch ganz geil bis jetzt. Taylor, sind an der Sicherheitsstation. Werden sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Sklaventransport hier. Los, tun wir es. Bereit, wenn du es bist. Tun wir es. Hendrix. Mach die Tür auf. Alter. Ich will auch einen killen, Mann. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Taylor. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den Nächsten. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Hm. Die werden alle gefoltert, aber ich denke, die befreien die später noch. Oder wenigstens ein paar davon. Das ist er. Der Minister. Hm. Nicht mehr lange, wenn es so weiter geht. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Hm. Hm. Da sind sie ja. Aha. Jetzt verhört sie mal, ne? Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. In Abkunft? Zwei Minuten. In zwei Minuten. Ich stoppe dich. Der Mistkirr war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir. Die bin ich. So. Gucken wir mal. Hier. Wir können rennen. Ja. Wir können rennen. Oh, keine Ahnung. Fuck. Ja. Ja. Ich habe sich verstanden. Von hier. Hier. Komm runter. Lebt er noch? Nein. Ein bisschen Munition einsammeln. Mal nachladen hier. Schütze um! Oh shit! Ich spiele hier auf Schwierigkeitsgrad normal. Da ich schon ewig lang keinen richtigen Shooter mehr auf dem PC gespielt habe. Und ich ein bisschen das Potato Aim habe. Wie ihr vielleicht hier schon seht. Habe ich gedacht normal reicht für den Anfang. Aber gucken wir mal. Wir können ja anscheinend... Ah jetzt hat er meine Steuerung wieder. Sehr geil. So wie ich es eingestellt habe, hat er es übernommen. Find ich geil. Yeah, okay. Das funktioniert wirklich. Wo denn? Okay. Los komm. Die Extraktion wartet nicht. Ich warte auf dich. Sie dürfen uns an. Wir sagen nur was wir tun mussten. Ich kann nicht... Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drin. Nicht aufmerksam. Du bist ein Freikling. Du bist ein Freikling. Auf mein Zeichen. Nur an. Drei. Zwei. Los! Wir holen sie hier raus. Tun sie was ich sage, dann schaffen sie's. Was ist mit Khalil? Und den anderen? Sorry. Keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck! Okay. Gehen wir. So. Der Minister ist Zeit. Öffne die Tür. Geh Bedeckung. Komm schon. Ich schneide den armen Kerl ab. So. Komm schon. Khalil. Können Sie kämpfen, Khalil. Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren Sie auf die Biometrie. Uh oh. Sicherheit der Empfangenen gefährdet. Eindringlinge finden. Klingt, als wären Sie uns auf dem Fersen. Los! Okay. Taylor. Paket Plus Eins. Gesichert und unterwegs. Plus Eins. Dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. So. Macht euch bereit. Ich muss was tun. Nee. Okay. So. Wie gesagt. Ich hab noch nicht das beste Aim. Aber ich hoffe. Nicht nachlassen. Das wird sich ändern im Laufe der Zeit. Da es wirklich schon einige Zeit her ist, da ich sowas gespielt habe. Die Call of Duty. Ohi. So. Hier sind noch ein paar. Da kommt noch einer. Hehehe. 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 Alright. Ich hab noch ein paar. Moment mal kurz. Ich drück mal kurz Pause. irgendwie. Muss ich da. Audio. Da ist alles schon eine volle Power. Okay. Mach hier ein bisschen lauter. weiter. So. Okay. Zeig euch. rein in den Aufzug. Er bringt uns hoch. Hangar. Alright. Ja. Ich hab ihn. Na los. Zum Aufzug. So. Alright. Kommt Leute. Zum Aufzug. Alle drin. Da ist der Knopf. Ah. Waffen fallen lassen. Runter damit. Sofort. Dann wären wir tot. Glaub mir. Wir sind tot, wenn nicht. Ball lassen. Vorwärts. Hehehe. Unser Retter. Schön wärs. Danke Jones. Danke. Schön dich zu sehen. Gleichfalls. Du hast. Dich verändert. Wie geht's Rachel? Das ist vorbei. Die ist gar nicht grösser als ich. Schade. Hm. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay. Wir können los. Bereit in 10. Diaz. Du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. What the fuck? Oh Munition. Yeah. Teil. tram. Anton. Hehehe. Einen weggestreckt. Kuckkucka. Einen weggestreckt. In der Tuch! Wir müssen hier! Wir haben hier! Wir haben hier! Rückzug! Rückzug! Neu von mir! Erledigt! 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 Keiner mehr! Ab zur Extraktion! Ich kümmer mich um die! Ops! Erledigt! Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter! Wir müssen dieses VTOL abschießen! Zieht auf die Raketen! Hehehehe! Der Transporter ist ausgeschaltet! So! So! Alle weg! Rambo hier! Durchrennen! Ok! Da ist keiner mehr! Jetzt hier aufladen! Die dürfen nicht mehr! Jemand muss ihn hier rausbringen! Weg! Arsch! So! Alle weg! What the fuck! Ups! Sorry! So! Und weiter geht's! Ja! Ich komm ja! Ich komm ja! Ja! Versuch mitzuhalten! Haha! Ich hätte ihn gehabt! 했어요! Oh! Oh! Nehmen wir noch auf den Fersen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tarnen. Wir zünden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Ja, stirbt. Die Brücke ist voll. Los, schwimmen Sie! WTF? Oh, shit, shit, shit. Verstärkung! Auf der Brücke! Was ist der Plan? Ah, misch! Armweh! Brücke sprengen! Gehen zur sekundären Extraktion! WTF? Teller! Primäre Extraktion ist gefährdet. Weiter zur sekundären. Verstanden. Treff bei Hotel Tango. Wir benutzen die Transporter. Verstanden. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. So, kurz heil gehackt hier. Viele Feinde im Kommunikationsraum. Lächter aus. Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? Sowas ähnliches. Sende die Taktikdaten an der Welt. Denk dran, Sie haben keine Nachsicht. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich schleife mich hier durch. Nachsicht vorgehen und eliminieren. Ja. Deaktiviere das Taktikbild. Geile Scheisse, ne? Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest! Hm. Ruhig! Nicht schießen! Er gehört mir! Ja, ist klar, ne? War das hier? Ne. Maserati ist noch hier. Alpha 2 Team ist für die Extraktion zurück. Es ist jetzt einfacher, was, Taylor? Er ist getroffen! Extraktion beim Satellitenturm. Wir schnappen uns ein Fahrzeug und bringen unsere Extraktion. Der Gegner hier. Du hast mir nicht geantwortet. Zurück! Los! Die sekundäre Route ist da vorn! Okay. So. Oh, 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 oh! Huch. Das war knapp! Scheissgranaten. Okay. Hoch hier. So. Macht er noch was? Habt ihr das gehört? Das bildest du dir ein, Mariti. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey, leck mich. Schnauze. Ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße. Kontakt, Kontakt. Nrc-Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen, jetzt. Gebt uns Deckung. Heike. Los, los, los. Was hatten wir sie gehabt? Ein paar hatten wir mitgenommen. Geil. So. Hast du gehört, Taylor? Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Aber die sehen schon geil aus, muss man echt mal sagen. Wirklich Hammer. Wirklich geil. Und sorry, wenn ich manchmal drüber rede, aber... Jetzt geht's ab, Leute. Bereit machen. Ein Haufen KLS nähert sich unserer Position. Bitches. Feuer auf den Vitol. Macher im Umweg festhalten. Ja, die Scheiße hier. Wonka holen. Feuer umleiten. Mist, das Dreckstück ist abgesoffen. Festhalten. Hendrix, starten Sie das verdammte Ding. Was mache ich denn hier wohl? Na los, spring an, du Scheißteil. Halte Sie zurück. Dieses Mist stillt Ihnen noch nicht den Geist auf. So. Wollen wir mal alles wegholen hier. Macht schon verdammt Bock. Oh oh. Oh oh oh. Oh shit. Jungs. Jungs. Unser Transport. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Kapsel ausgeklingt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Drohne macht einen zweiten Überflug. LHC Verstärkung kommt von links. Kommt von der Minister. Sind Sie okay? Kommt gehen auf. Ich bin drin, Mann. Bin okay. Bin okay. Bitte bringen Sie mich nur hier raus. Wir müssen weg. Ja, wir müssen uns beteiligen. Halt von ihr. Halte Sie zurück. Wir bringen die Minister in Position. Drohne konzentriert Feuer auf mehrere Ziele. Bring uns zu Ende. Halt Sie zurück. Wir sind fast hier raus. Locker. Kein Problem. Sind da nur etwa 1000 hier. Lenkt das NRC weiter ab. Drohne in Position. Bereit für Aufnahme. Sicher. Schwing dein Hintertier. Jetzt. Schwing dein Hintertier. The fuck. Los. Fenster schließt dich. Negativ. Luftraum gefährdet. Los. Los. Nein. Fuck. Schnell zum Transporte und raus da. Tänker. Mein Tänker ist noch nicht raus. Ja, danke, ne? Der NRC-KR ist unterwegs. Komme. What. The. Fuck. Hier stirbt niemand heute. Opa! Ouch! Einfach mal schnell die Arme abgerissen. Ist ja kein Problem, ne? Hey! Hey! Das wird schon wieder. Halt nur durch. Halt durch. Ja, das sagst du so leicht, ne? Ich habe keine Arme mehr, verdammt. Mal kurz einen Schluck trinken. Oh, wir haben Belohnungen erhalten. Ah ja, okay. Okay, wir können im Level steigen. Im Singleplayer. Wo bin ich? Schon okay, ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlastet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil. Du hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? All right. Sie haben uns gerettet, so wie es ausschaut. Und wir sind am heilen. Zürich, Innenstadt. Endstation. Oh, okay. In Zürich. Wir sind in Zürich. Noch da? Ja, 2054. Taylor. Ja. Weisst du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. Ach. 12. Dezember 2054, 37. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die VR-neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Okay. Oh. Okay. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich Direktes Neural Interface, DNI. Ich hab auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind... ...verbunden. All das... ...ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Geile Scheisse. Ich freu mich auf die Zukunft. Oh. Ja, ich war vor kurzem in Zürich, aber das hat ein bisschen anders als hier. 11.30, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Hi, Dias. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber... ...nur, dass du's weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann... ...wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Sehr gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst. Ohne als Schweizer Käse zu enden. Wie diese armen Bastarde. Okay. Waffenscharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Okay. Waffenscharf. So. Wie gesagt. Das letzte Mal, als ich in Zürich war, hat das nicht ganz so ausgeschaut wie hier. Okay. Slipen wir hier. Mach mal die Leute ein bisschen weg. So. Noch mehr. Ich hör noch. Ah, da hinten. Hehehe. Big Badaboom. Gehen wir mit. Wir machen. Hehehe. Es gibt nicht nur einen. Hoch. Tief. Links. Rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Hehehe. Ich mag Pistolen. Ab in Deckung. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Also, ob man zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Keiner von uns. Hoppa. Shit, das war knapp. Das DNI ist irgendwie geil. Das bleibt schön dagegen machen. Bitch. Halte diese Position. Ziel eliminiert. Hehehe. So. Mal ein bisschen näher gucken. Okay. Setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ja, es wäre einfacher, wenn du nicht einfach vor meiner Knarre aufpuppen würdest. Das kann ich auch, ne? Siehst du? Oh, schnell, schnell, schnell. Uff. Entschuldigung. Oh, schnell, schnell, schnell. Uff. Entschuldigung. Entschuldigung. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht auf... Verstärkung beim Truck. Ich kümmere mich darum. So. Da ist jetzt noch einer. Komm. So. Enten noch. Ich denke, das waren alle. Da kriegt noch einer. Bereit machen. Ich habe meinen Double Jump gar nicht. Also mein Jetpack, Dings. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Okay. Double Kill. So. Okay. So. Kanade. So. Okay, Leute. Die sind ja überall. Ah. So. Okay. Jetzt Munition mal auffüllen hier. Das ist noch geil mit dem... Visier Dings. CMI, CSI, wie das Ding heisst. So. Wenn man hier die Gegner durch die Wände sieht. Das ist natürlich schon praktisch, ne? So. Das D&D lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnen Basiseinheiten. Zwei Füße. Komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren... Bam. Ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier... Die sind kinderleicht. Na los. Heck dich rein. Nach was jenseits dieser Mauer ist. Passt perfekt, oder? Irgendwo da durch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Wodurch? Ups, oder? Ja. Ja, die Steuerung. Ein bisschen. Heikel. Aber... Noch schon. Hehehe. Ja. Da ist er. Spreng den Generator, damit er hineinkommt. Oh shit. Oh shit. Okay. Ich hab meine Brune zerstört. Hehehehe. Hehehehe. Oh, okay. Kann ich da hinten nicht durch? Nee. Ja, das Ding ist jetzt nicht das allzu schnelle hier, aber... Ups, ich sollte nicht ins Feuer fahren. Hehehehe. Lecker! Hehehehe. Hehehehe. Coole Scheiße. Okay. Okay, jetzt dieses Ding sprengen. Ja. Coole Scheiße. Okay. So, boom. All right. Metalcasting Facility. So. Bis jetzt war es noch nie das Problem, dass wir zu wenig Kugeln hatten. Aber wer weiß. Was treffe ich denn nicht? Wie soll das denn gehen? Sehr gut. Jetzt richte es gegen sie und mach sie fertig. So. Sterbt ihr Hunde. Ah. Okay. Ich kann es fehlen. Schieß diese Fässer ab. Die Idioten dachten wohl mit ihren Geschützen, wären sie sicher. Und da haben wir noch einer. Kommt nach vorne. So. Kommt nach vorne. So. So, und. Upsala, falsche Taste. Shit. Kann ich mal hier schlagen. Bitch. So. Hm, was war das denn? Oh, oh. Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr, was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibren. Keine Sorge, alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Okay. Sie haben wen eingeschleust, bei Coalescence. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zuges zu überbrücken. Die ZSK haben sechs Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Die reichten sechs Minuten. Es wären nur fünf gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Ha. Jetzt finden wir den Mistkerl. Ich will mich auch teleportieren können. Verdammt nochmal, ey. Wisst ihr, wie geil das wäre? So, wir sind im Wohnhochhaus. Super begrüßt du dich. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich hab sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin. Aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Ja, danke. Nach einer Stunde steht da, ich soll das Schiff drücken, um zu rennen. Super, ne? Ist hier oben irgendwas? Was ist das für eine geile Knoche? Vespa automatisch. Wow. Wow. Langsam gefällst du mir. Du verlierst ihn. Sie haben uns am Wickel. Hi. Was up? Ich sehe ihn noch. Das ist die? 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 Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt dir das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Schalte ihn nicht aus, Neuling. Wir brauchen die Kontrolle, bitte aufhören, wir gehen nicht auf. Du bist flau für einen Neuling, das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Yeah. Was ist da, ich zu gelesen habe? So. Okay. Super, und wo ist die hin? Ah, das geht ja auch ganz gut. Ist ja schon gut. Verdammt, da ist sie. What? Verliere nicht, Neuling. Sie kann sich einfach so locker hier umher teleportieren. Gut gemacht, Neuling. Der. Der. Kopfschuss bei einem Roboter. Geh mal oben lang. Schnapp ihn dir, Neuling. Ich treff den nicht. Bitch. Das lief nicht so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein D.N.I. D.N.I. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das D.N.I. die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Ich will nicht tief hineindringen. Du kannst alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir. Das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Einfach mal in seinen Hirn hacken. Wenn das noch so einfach wäre. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Hm. Was du durch dein D.N.I. erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sag ich wohl als nächstes? Ergebnis. Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Gut, fahren wir fort. Haben wir dem sein Gehirn ausgesaugt. Und haben wir wieder ein paar Informationen mehr. Hier, gib mir mal einen Daumen hoch für die Informationen. Wir sind unter schwerem Beschuss. Wo bleibt die Verstärkung? Wo bleibt mein Gewehr? Wir haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit D.N.S. gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt. Wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du's weißt. Wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehörtest du den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem D.N.I.? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Yeah. Aber das ist doch eine Simulation, oder verstehe ich das falsch? Da sind wir ja ein Gewehr, Mann. Kernfeuer. Probier das mal, seit dem Zeitpunkt vor allem. Was soll ich? Der größte Spaß, den man mit angezogenen Hosen haben kann, was? Okay, komm Maserati, das war eine Halle. Hallö. So macht man das. Feuer, Herr Arnden! So. Heute nicht. Vorne noch ein paar. Ich glaube, das war... Ich glaube, das war... Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Okay. Ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinem Kern geraten. Würmchen. Ein Schwarm, Brandstift und Dallana geworden. Dallana! Perfekt. Ja, okay. Ich bin tot. Okay, ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinem Kern geladen. Glühwürmchen. Ein Schwarm, Brandstift und Dallana geworden. Mach so weiter! Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Hier die Position halten! Die Glühwürmchen. Scheiß Nanobots. Die kleinen Bastarde sind tödlich. Hehe. Okay. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt eine Simulation oder ist das echt? Oder was geht denn hier vor? Was geht denn hier vor? Oh shit. Gut gemacht. Machen! Machen! Wir haben uns am Weg. Oh shit. Oh shit. Haha. Berschutz! gut gemacht zeig das köpfchen ich weiß nicht ok xr2 ich weiß nicht lokus das ding nehmen es hat mir irgendwie gefallen kleines frisiertes ding hacken wir uns mal hier ein sie setzen rauchgranaten ein wenn du zur verbesserten sicht wechselst bist du im dunkeln oder rauch nicht mehr blind wir machen einen soldaten aus dir haben wir haben einen verwundeten Feindliche Bots kommen durch die Wände. Bei normalen Richten, die verlässerte Sicht nicht sinnvoll. Wir kämpfen. In Deckung. Shit. Okay, vielleicht hätte ich eine andere Waffe nehmen sollen, die ein bisschen weiter schießen kann. Okay, sieht zwar aus, als würde es reichen. Okay, das waren alle. Was ist das denn? Municiones. Municiones? Puh, okay. Shit. Das sind ein bisschen viele. Jetzt ein bisschen mal hier in Deckung gehen. Sniper da oben runter holen. Wegholen. Okay, ich muss noch mal kurz zurück. Munition aufladen hier irgendwo. Konnte ich hier doch. Ach shit, jetzt ist sie weg, ne? Gar nicht schlecht, Neuling. Komm, unten halten! So, ich habe jetzt ein bisschen Munition von den Gegnern aufgehoben, so wie es ausschaut. Also, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ein bisschen aufräumen, so. Alright, ein bisschen Raumbo hier. Anscheinend sind sie hierdurch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach! Jupp. Okay. Mir nach und dann bleibt er stehen, ne? Kleinen, verdammten. Ja, ich hätte unbedingt die größere Knar mitnehmen sollen, ne? Das ist ein bisschen scheiße hier. Ich muss hier einfach mal ein bisschen... Vor, raschen, raschen, raschen. So. Oh. Komm, komm, komm. Lauf. Ich muss irgendwie zur Munition kommen. Verdammt. Irgendwo eine Munitionskiste. Ah, jetzt habe ich wieder Schüsse gesammelt. Sehr geil. Mal wieder zurück in den Kampf hier. Kampf, Kampf. Shit, 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 shit. Oh. Kein Scheißteil. Und jetzt greif auf die Tür zu. So. Wenn ich hier schon so eine kleine SMG ausgewählt habe, dann... Ja, muss ich auch ein bisschen raschen hier. Gut. Hier hin. Okay. Weil mit raschen funktioniert das ja gar nicht so schlecht, ne? Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Okay, Leute. Der Hack startet jetzt. Okay. Okay. Die Roboter. Sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Aha. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen... ...die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt! Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir... ...wahrscheinlich nicht mal das Cyber-Soldaten-Programm. Augenblick. Es ist 7.25. Du hast etwa fünf Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Pass auf die Zivilisten auf. Du wirst mir etwas zu unvorsichtig. Sorry. Okay. Keine Panik, Leute. Ist ja nur ein Spiel und das sind eher nur... Wir sind hier in einer Simulation, oder nicht? Niederschlag ist eine weitere Cyber-Fähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. In your face. Achtung auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. Okay. jetzt nachladen unter dem posten da stehen noch zwei sie hat sich bedroht gefühlt und dann kommt er ne bitch idioten fände klettern an den seiten hoch fällst du deinen feind schnell aus nutze die erschütterungswelle um mehrere Die Erschütterungswelle! Shit, das war knapp. So, hier kurz reinhacken oder was? Da oben drauf. So, alles kein Thema hier. Bitches! So. Alright! Auf jeden Fall! Alles kein Problem hier. Aber ich muss sagen, es macht Bock. Es macht echt Bock. Hier wieder ein bisschen reinhacken. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hecke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel! Selbst mit einem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht! Das ist eigentlich ganz einfach. Moment! Ja, danke für die Hilfe, ne? Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Ja. 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 Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal... ...muss man einfach loslassen. Taylor! Wie geht's den Patienten? In Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendricks wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Ja, danke, ne? Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Papp-Situation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendricks? Fünf Jahre. Grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Okay, er lässt sich bloß treiben. So, und wir sind hier wieder im Punkte-Menü. Ich drücke einfach mal auf fortsetzen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will die Story. Das andere interessiert mich dann im Multiplayer, aber hier, nee. Okay. Alright. Wir sind hier im Hauptquartier, so wie es ausschaut. Okay. Welcher sieht am kränksten aus? Ich würde sagen... Der hier. Yeah. Auf jeden Fall. Charakter ändern? Nee. So, jetzt sehen wir doch schon mal ein bisschen cooler aus. Ein bisschen passender hier. Die Daten des Winslow-Abkommens und der externe Netzwerke mit dem Codex an. Personalensinn und ein Charakter mit vielen Visitenkarten in einem Clan-Tag. Ne, das ist eigentlich alles schon gut momentan. Ein Multiplayer und interessiert mich jetzt nicht. Das ist hier. Sammelstücke. Wow. Zwei Dinge habe ich bereits gefunden. Mittlere und große noch keine. Alright. So, gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Dienstakte. Nichts. Auszeichnungen und Dekorationen. Sehen Sie sich hier Kampfhistorie mit allen Statistiken an. Herausforderungen und Belohnungen können über die Medaillen-Vitrine begutachtet werden. Okay. Leider nichts. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantäne-Zone. Ach ja. Das ist eine CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Gut, dass du dir's gemerkt hast. Hoffentlich erinnerst du dich auch, was ich davon halte, wenn die CIA jede unserer Bewegungen überwacht. Ach, das tun sie doch immer, Hendrix. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich glaube, du entwickelst dich nur zu einem grantigen alten Mann. Ja. Fähigkeiten. Ah, hier kann ich Dinge freischalten. Okay. Ah, ich hab 10 Fertigungskids. Ne. Energieschub für alle Motorsysteme und Blitzer, die nach vorne sprinten. Alle Gegenden im Weg mit natürlich einer Schütterungskraft. Und hier setzen sie eine defensive Rauchwand um sich herum ein. Ne, Rauch und ist scheiße. Nämlich das hier. Niederschlag. Führen sie einen tödlichen Schlag aus und machen sich direkt danach einen weiteren tödlichen Nahkampfangriff gegen einen anderen Feind in der Nähe. Hm. Ich weiß nicht. Zorn. List. Ah, okay. Bestoßen sie die Panzerplatten eines Roboters und reißen sie dann seine Energiezelle heraus. Diese kann dann wieder eine Granate geworfen werden und schaltet beim Aufprall andere Roboter aus. Das ist ja mal geil, ne? Hacken sie sich in die Kampf-Augumentation von zwei Gegnern, um sie zum Abschalten zu zwingen. So müssen die Gegner ihre eigenen Kampfansüge arbeiten, um sich zu bewegen, oder? Hm. Übernahme, oder? Ich nehme mal das hier. Yeah. Ein Chaos. Wursachen sie in die Energiesteuerung eines Roboters einen Kursschlussflüge zu brennen oder explodieren. Jo. Der Schwarm. Irreführung. Hacken sie feindliche Kampfsensoren, um einen eingehenden Angriff durch Kampfroboter aus der Luft zu simulieren. Simulierte Kampfroboter agieren als Köder. Ne. Das hier, die sollen sterben. Alright. Geht. Zurück. Es stimmt, dass die AE-Fresse des Komitees nicht auf einen eindeutigen Ursache des Vorrats hinweisen. Ha. Okay. Kann ich jetzt hier die Dinge... Haha. Ich kann hier alles abändern und so. So. Die Vesper hatte ich doch vorhin mal. Die finde ich geil. Die will ich wieder haben. Pharo. Hm. Irgendwie scheiße. Ich kann hier so viele Dinge einstellen. Ich weiß, ehrlich gesagt... Zusätzliche... Ja. Das passt. Taktikrahmen. Was ist ein Taktikrahmen? Ah. Okay. Es gibt hier extrem viele Dinge, die ich einstellen kann. Wildcard. Zusätzliche Primärgranate. Schalte ein zusätzliches Aufsatzplatz für die Primärwaffe. Okay. Soll ich das nehmen? Schnelles Mag. Schäft. Magazinerweiterung. Schalldämpfer brauche ich nicht. Ich würde sagen... Schnelles Mag. Schnelles Mag. Schnelles Mag. Schaft. Was soll ich denn nehmen? Laser. Griff. 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 Das ist immer gut. Ah. Den habe ich ja schon. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich nehme noch die Magazinerweiterung. erweiterung coole scheiße ja okay lassen wir das mal gehen wir zurück was ist hier experimentieren sie mit einem großen waffenarsenal ausrüstung und cyber kampf fähigkeiten indem sie sich gegen ganze wellen simulierter feinde auf die probe stellen okay hier kann man trainieren oder irgendwie sowas ich drücke einfach mal starten ok ich habe ein bisschen angst ich weiß noch nicht ganz was das ziel ist ich denke ich muss jetzt da da rüber oder doppelt schon funktioniert weiß so geht das ok ok und kurz hier hoch bonus abgestaubt woa woa wut 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 wieso holo hehehe wo geht das wut wut wieso wut 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 verdammter kugelschwamm oh es gibt 16runden What the Freak, habe ich jetzt erst gesehen unten links? So Und nächste Hunde geschafft What the fuck Okay Ja Das war ja mal extrem geil, wenn es sowas in echt geben würde Aber So weit sind wir wohl noch nicht Okay, gucken wir mal weiter Missionstresor Werfen Sie einen Blick in die Missions-Briefings So Wir haben einen Blick darauf geschaut Und ich würde sagen, wir starten die nächste Mission Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht Sie wurde nach dem Singapur-Desaster Eingesetzt und sollte die Operation vor Ort überwachen Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren Wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrecher-Syndikat regiert Den 54 Immortals Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte Eine Explosion in der alten Koalessens-Anlage forderte 300.000 Opfer Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten Meist Waffen und Technik-Schmuggeln Kein Wunder, dass sie besorgt sind Ja, okay On the cover Oh Mann Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur... Himmlisch Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt Lieber nicht Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht Okay, dann auf ans Werk In diesem gesetzlosen Sumpf Können wir richtiggehend froh sein Über unser ach so wichtiges Mandat Wenn der mit voller Kraft hier ankommt Haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun Hier, nimm Nicht, dass du noch weggewegt wirst Kane Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals Verstanden, Hendricks Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen Die Immortals sind schon in der Geheimstation Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig Sieht schon verdammt nice aus, muss ich echt mal sagen Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen Könnte das dem Winslow Abkommen immens schaden Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff Aber ihr müsst rein und sie abfangen Wir müssen sicher gehen Verstanden Sind auf dem Weg Ja, nochmal kurz wegen vorhin Ich hatte hier ein paar technische Probleme Mein OBS hat irgendwie gesponnen Aber jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei Und ich bin wieder da Und es geht weiter Das sieht echt verdammt geil aus Weiß nicht, was alle immer sagen COD ist hässlich Finde ich überhaupt nicht Ich finde das geil Aktivität voraus Bleib unten Hey, wo ist mein Helm? Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel Was legen sie ihm da an? Mit dem Halsband können sie nicht weglaufen Hm, nicht wirklich nett, ne? Wow, wow, Hendrix Nicht die Mission Hier können wir nichts tun Autsch Töten wir den Mistkerl doch Töten wir den Mistkerl doch Oh da What the fuck? Reicht denn diese Raketenscheisse nicht Die ich ja habe, oder was? Mach den Mistkerl platt Bin dabei Hab dem nichts zugehört Die kann ich den töten? Ja, wir haben ihn Nice Alles sicher Das war ein verdammt harter Bursche Daran zweifle ich nicht Die Immortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran Der Supersturm wird immer verheerender Je höher wir kommen Platziere gleich den Bolzentreiber Und halt dich gut fest Wir winden im Zug Sente den Bolzentreiber ein Gehen wir mal hier nach oben No Bolzen Was war da ganz knapp an unserem Kopf vorbeigeflogen? Oh nee, 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 nee Schütten Ja, toll, ne? So, komm, komm, komm Oh, geh doch da rein, Mann Ich komme nicht hoch hier Ich bin eingeklemmt, verdammt Ach, diese Scheiße, Mann Ich komme hier Oh, mein Gott Negativ Der Supersturm ist zu stark Der Sturm wird nur noch stärker Scheiß drauf Cain, wir gehen rein Hendrix, Position halten Scheiß auf die Befehle Die Wellen sind ein Problem Halt den Bolzentreiber bereit Die Wellen kommen Benutzt den Bolzentreiber Der hält sich gar nicht fest Der stößt nur irgendwas Stößt nur irgendwas In den Boden Und das war's, ne? Ich weiß irgendwie nicht, was das bringen soll Wenn du noch Akaten hast Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt Verstanden, Hendrix Sorry Stößt doch endlich Noch mal ein bisschen Aufräumen hier So Da Drüben sind noch ein paar Der Sturm wird schlimmer Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar Komm schon, komm schon Die Sicht verschlechtert sich Aktiviere den Taktikmodus Damit sie uns nicht überraschen können Taktikmodus For the win Shit, 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 shit Shit, shit Shit, shit, shit Ich mag den Taktikmodus Taktikmodus Alles okay Alles okay Kane, wir haben die Fracht erreicht Was jetzt? Du musst dich verbinden Ich benutze dein DNI zum extrahieren und löschen der Daten So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank Alles wird erfasst und verfolgt Das ist ja wieder meine Arbeit Okay Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen Verstanden Danke, Kane Ich nehme das obere Deck Du das untere Bereicht? Okay Komm He he Doorbreach Sturm ist da Achtung Das Schiff wird es doch bersten lassen wie Balserholz Sprich auf das Boden Los jetzt Weiter vorne ist dein U-Bahn-Tunnel Er führt euch direkt in die 54i-Kommunikationszentrale Ich glaube, hier steigen wir aus Okay Ja, wir sind ausgestiegen Ich sage, schwimmen wir mal los Kane Wir nähern uns der Kommandozentrale Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben Macht besser schnell Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat Das bedeutet schwere Verluste für uns Wir müssen dem einen Riegel vorschieben Verstanden Ich bin mal schneller Ich kriege keine Luft mehr Nice Das war für Nahkampf Soll ich vielleicht hier wechseln Ich habe schon die Nahkampf Okay, dann bleibe ich mal Bleibe ich mal dabei Damit wir hier gemütlich weiter zocken können zusammen Ich hoffe Leute, es gefällt euch Ist halt nicht so viel Action Und ich labere auch nicht so viel Aber ist ja auch nicht nötig bei dem Spiel Weil die ganze Zeit etwas abgeht Und jetzt, wenn kurz mal ein Moment Ruhe ist Muss ich das nutzen Ähm, ja Wie gesagt Ich spiele halt hier Ich rede nicht so viel Ich spiele hier ganz gemütlich COD mit euch zusammen Es wird ein sehr langes Video Und Gebt mir einen Daumen nach oben Wenn es euch gefällt Und wenn ihr weiter solche Spiele habt Die ich mit euch durchspielen kann In einem Ruck Die nicht allzu lange dauern Also ich hoffe es mal Dass das hier nicht allzu lange dauert Ich Abgehört 8 bis 12 Stunden Aber wir werden sehen Auf jeden Fall Wenn es euch gefällt Gebt mir einen Daumen Bleibt dran Und Weiter geht's Leise Ich sehe euch Markiere die Ziele Schickt ihr die Glühmärm So Haben die Glühmärmchen Ja Die erledigen gerade ihre Arbeit Wie ich sehe da oben Off Ich gehe nach oben Okay Ich bleibe unten So Jetzt gehe ich nach oben Okay Okay Hahaha Nice Bin ich doch schon lange Alter. Langsam habe ich auch nicht mehr ganz so ein... Okay. Krasses Potato Aim. Also ich bin wieder ein bisschen drin in COD-Feeling. Oh shit. Bitch. Gehe in den zweiten Stock. So. Okay. Ich bin auch jetzt ein... Verdammte Idiot. Die Patrouille. Kriegsheld in Deckung. Zurück. Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn. Auf jeden Fall. What? Hat ihn tatsächlich? Shit. Was ist das denn für eine Knarre, verdammt? Alles okay da hinten? Jo. Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fuß-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir Ihre Kommunikation aus, bevor Sie es bemerken. Mir nach. Da haben wir sie echt gut hingekriegt. Nach dir. Ja. Abgeriegelt. Wir leiten Ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du das orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Ich würde sagen, kurz hier aufladen. Glück. Oh, und los geht's. Also, Kane. Was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane. Nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Schwer verteidigt. What the fuck? Da war noch mehr von diesen verdammten Robotern. Lass mich durch. Mann, fuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Shit, was ist das denn? Oh, das ist ein Haupttote. Mal gucken, dass mir hier die Munition nicht ausgeht. Sonst habe ich echt ein Problem. Aber ich denke, sollte nicht passieren. Ist ja COD. Ohne Munition geht hier gar nichts. Renni, schalt das Renni raus. Die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer Hut. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Yeah. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Mhm. Achtung, Hendricks! Das Gebäude bricht zusammen! What the fuck? Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Mhm. Da will ich lieber nicht reinfallen. Holy crap! Ich wollte gerade sagen, da will ich nicht reinfallen. Und was passiert? Natürlich, ich fall rein. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie wieder nach oben kommen. Oh mein Gott! Ah, shit! So, okay. Mich nochmal. So. Hier bricht alles zusammen. Glaub nicht, dass hier noch wer lebt. Da hat nicht mal gelacht, ne? Hendricks Tode Ernst. Ich weiß nicht, soll ich mal was anderes nehmen? Und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Ne, passt. Wir greifen sie an, bevor der Sturm kommt. Guck's da durch. Äh, hin. Ach, hier. Ja. Klinken. Du verdammte. Ja. Kann der nicht hier. Endlich, der kriegt er. Verspürt mal, da auf der Straße. Du verdammt. So. Wow, shit. Erschneidung bei Jungs. Verdammt. Verdammte Metallbüchse müssen wir doch hirgends. So, shit. Ich bin schon voll. Hendrix, alles klar. Was machst du denn? Siehst du was? Ein Gegner. Das ist Cain. Was ist denn los? Cain, wir sehen die Geheimstation. Wir müssen da rein. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Je, was für ein Fernseher. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Cain? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. So. Irgendwo hier. Aufnahme, das ist. HP-Sitzung. Sammestück, yeah. Da vorne ist was. Bereit machen. Was denn? Big Bada-Boom. Oh, shit. Was ist das denn? Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Sie strömen über See wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lassen Sie sich ein... Mein Gott. ...sich trösten. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Denken Sie an einen sicheren Ort. Schalt den Scheiß ab! Schalten Sie sich... ...einen vereisten Wald vor. Was zur Hölle... ...ist das, Cain? Ich suche gerade. Die haben allen die Nasen abgeschnitten. Die Währung der Wiedergeburt. Von einem Jay Song. Nase, Nase. Der Strecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand, der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt... Dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Bio-Kuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführer-Gespanns, Go-Min und Go-Ju-Lan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer... Black-Sauber-Ops-Einheit vom Winslow-Abkommen. Das war John Taylor's Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Niemals, Taylor! Ich weiß nicht, wer Taylor ist, aber... Ich denke, auch der würde sich gegen uns wenden, wenn es sein müsste. Aber wir werden sehen. Irgendwie ein Ladebildschirm oder was? Hm. Okay. Ja, und hier wieder Punkte Action. So, und ich drücke einfach mal auf Weiter. Level 6. Wie gesagt, interessiert mich nicht im Singleplayer. Und weiter geht's. Ah, wir sind wieder hier in der Zentrale. Okay. Ja, gibt es hier irgendwas Neues? Nee. Nee, scheiß drauf. Was ich dich fragen wollte. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also, ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Denke ich auch. Wir werden sehen. So. Ab geht. Ich will jetzt kurz hier mal gucken. Vielleicht hier mal eine andere Waffe. Irgendwie ist die ja schon geil. Hier die XR2. Guck ich mal, kann ich hier noch irgendwas geiles ranschrauben? Ah, Moment. Was hier noch? First the Wild Card. Dann kann ich hier, da würde ich doch sagen, Kraft oder Griff. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Griff. Passt. Okay. Zweite Wild Card hier. Hier. So. Taktik Rahmen. War das nochmal? Ah. Mikroschubdüsen. Okay, okay, okay. Ja, muss ich natürlich haben. Als zweites. Ich bin nur noch an Waffen, nehmen sie beliebige Waffen auf Schlachtfeld. Auf. Okay. Automatisch Einweg, Reparatur. Fähigkeit, das ist immer kritisch her. Ich habe... Schnee, okay. Wenn sie argumentieren, wird sie... Kann man an Spender Satelliten schocken, milder die Muskelzucker, wenn sie beschossen werden. Passt. Geile Scheiße. Das muss ich jetzt aber... hier auch noch kurz so einstellen. Und zwar... Was war es? Das hier, logischerweise. Und das hier. Yeah, geil. Was war das hier für Pistolen? Die kann ich noch nicht wählen. Den Werfer... Nee, Pistolen sind hier besser. Aber der Raketenwerfer ist natürlich auch geil im Multiplayer, um die Leute aus ihren Ecken zu holen. Aber ja, gefällt mir. Mit diesem Metall-Zukunft-Skilly-Suit hier. Der abgespaceden Rostmaske. Ja, geile Scheiße. Okay. Hier. Sieht auch ganz nett aus. Mal kurz gucken, was das hier... Ah, ein Visier. Habe ich noch keins, okay. Der Laser. Mh-hmm. Alright. Das passt so. Und ich würde sagen... Wir starten die neue Mission. Eigentlich oben auch was. Kurz gucken. Nee. Also, Leute, weiter geht's. Und wir nehmen... Das hier. Ah, die Kampfkunst. Okay. Damit sie Ausrüstung gegen ihn verwenden. Und zum Feindsverbrücken diesen direkt in den Nahkampf zwingen. Eckmöglichkeiten zur Manipulation. Nee, das passt schon. Alright. Dann würde ich sagen... So. Jetzt kann ich Waffen aufheben und... ...an der Wand langlaufen. Und ich habe meine Düsen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wäre natürlich super, ne? Ja. Die Mord, die Säuberung der Station, deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über fünf Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Das Video ruckelt. Das Video hat geruckelt, aber psst. Und an meinem Computer kann es echt nicht liegen. Aber ich spiele... Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Coach Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch eine Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid über die üble Geschichte der Q-Zone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SS-K uns im Stich ließ und die Mauer baute? Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Wann der Psychopathen? Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Goush Yolan. Welche Überraschung? Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer Sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung. Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Okay. What the fuck? Plan B? Plan B. Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit deine liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Roboter-Trump aktiviert Sturm-Modus. Okay, so wie es ausschaut. Die Roboter sind jetzt auf unserer Seite. Ich rede jetzt einfach mal drüber. Soll das ein Witz sein? Sind wir auf Urlaub hier? Dammelstück. Shit, verdammt. Boah, die verdammten Granaten, ne? Ja, was ich vorhin noch sagen wollte. Die Videos ruckeln und ich rede jetzt einfach mal drüber. Aber das Spiel läuft sonst wirklich... Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nier-Requisitions-Core ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Wisst ihr was? Ich drücke kurz Pause. Die Reden hier ununterbrochen. Ist unglaublich. Ne, was ich sagen wollte. Die Intros und die Videos ruckeln zwar komischerweise ein bisschen. Aber das Spiel läuft komplett in 60 Frames. Und ihr seht auch unten rechts die Anzeige. Habe ich es ja eingeblendet. Ich weiß nicht, ob man das in YouTube erkennen kann. Aber sollte man eigentlich. Und ja, was wollte ich sagen. Ansonsten, das Spiel läuft einwandfrei. Und an meinem Computer kann es nicht liegen, dass es ruckelt. Aber ja, ist wohl nicht so super optimiert für PC. Aber scheißegal, sind ja nur die Videos. Und die kratzen niemanden. Es geht ja ums Spiel und das läuft. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, wo ist der Hund? Seht ihr denn nicht? So ein verdammter Kugelschwamm, ne? Da. Shit. Okay. Jetzt auffüllen. Komm schon. Da. Wo ist der? Wo sitzt der? Shit. 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 Shit, man. Shit, man. Da runter. Weg, 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 weg. Ja, war's das? Ein bisschen vorsichtiger hier vorgehen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Oh, danke. Alles okay. Hilfe, bitte. What? Ich sehe den nicht. Warte. Oh, shit, 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 shit. Hier drin. Einer von uns, now. So, weiter. Oh. Shit, 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 shit. Stirb, du Hund. So. Nice wall run. Oh, oh. Itches. Itches. Shit, 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 shit. Sorry. Noch einer von uns. Da kriegst er ja wieder, ne? Kugelschwamm. Kugelschwamm. Oh, yeah. Ich bin hier wieder am rushen. Ich finde das einfach geil. Macht irgendwie am meisten Spaß, hier durchzurennen und alles platzzuschießen. Oh, 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 oh. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg geputzt. Übertrage auf das Haken. Yeah. In welche Richtung? Links oder rechts? Egal. Beide Wege enden beim Pflanzenberg-Eingang. So. Wie ist der Plan? Links oder rechts? Links. Wir müssen zum Pflanzenberg. Los jetzt. In Deckung. Verdammte Spiel macht Spaß, ne? Was riecht das ruhig? Ja, du hast ihren Bruder gekillt. Hätte sie killen sollen. Yep. Kommt schon noch, kommt schon noch. Alles zu seiner Zeit, ne? Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Shit. Man. Die Roboter sollten diese Tür aufbekommen. Oh. Halt es nur. Ihkopf. ωš, Lo. Oš. Wir die dinge aber nicht kugelsicher ja ne ist klar ne bösern habt ihr nicht gefunden hier schüttchen diese verdammten granaten ich drehe durch ich sterbe nur durch granaten ich habe nicht mitgenommen zurück da kann ich rein laufen von hinten kommen sie auch noch ich habe mich vorhin auch einer von hinten gekillt kann natürlich auch sein und dann brachen wir mal vor shit okay ich muss unbedingt ein bisschen vorsichtiger vorgehen shit das ist ein dicker bastard shit meine munition wird langsam echt knapp und what the fuck man hier ein bisschen erholen kommt schon ja das letzte magazin ne so jetzt müssen wir noch das kleine scheiß teil holen what ey willst du mich verarschen oder was mit dem pflanzenberg wie toll startet meine paketbestätigung verstanden sterb du hund verdammte kugelschwamm verdammte kugelschwamm und dann schüttt so 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 vorsichtiger vorgehen ok munition holen wo ist hendrix dieses ding unbedingt shit sind scheiß gefährlich man oh oh shit andere seite frage mich echt wo hendrix steckt der bastard lässt mich die ganze arbeit oh mein gott ich hasse dieses ding ich hasse dieses ding pf 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 nice ja und da kommt er plötzlich du flasche okay okay wo hin jetzt sing server so lan ist denn die ecke gedrängt sie wird mit dem handeln was sie hat den infos auf den Oh, sterbt ihr Hunde. Great. Oh shit, ich sollte nicht ins Feuer gehen. Ist das... Nee. Ich frage mich, wo Hendrix wieder ist. Da scheint noch mehr Verstärkung unten in den Pflanzenberg einzudringen. Egal. Rosjula und die Datenträger haben Priorität. So, was für ein Geist. Von was reden die? Naja, geh mal hoch. Was? Sie sind auf den Laufstegen unter uns. Feindliche Granate. Ne, da müssen wir hin. Hoch. Hoch. Alle durchbohren hier. Die Datenträger hat begonnen, die Datenträger zu entschlüsseln. Der Ablaut geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information von den Datenträgern geht gleich an die CDP. Alright. Wir müssen sie ausschalten. In your face, bitch! Kein, kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometrie-Scanner. Scanne ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdrucks-Scanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Keine Zeit, keine Option. Benutzer authentifiziert. Guten Tag, Muttergo. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Okay, Hendrix. Benutzt die Konsole. Dein DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Vertrau mir, ja? Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen. Genau wie wir es mit den Geheimstationen-Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Cain. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Ihm geht's gut. Rammter Hund. Eindringlinge im ersten Stock. Bin unterwegs. So. Download bei 20%. Okay, sie kommen rein. Die Feinde seilen sich vom VTOL ab. So. Eindringlinge im ersten Stock. uh oh tsch 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 die fanaten ich frage mich wo mein geliebter kollege ist ich frage mich ist da oben oder was mein kollege hat sich irgendwie wieder verpasst aber er ist hier ok so den in die füße schiessen hier mit dem schild wieder in die füße woher kommt wo seid ihr woher kommt oj 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 Alles ruhig. Komm raus hier. Alter, es geht. Stimmt, sitzt irgendwo noch einer, ne? Irgendwo sitzt noch einer. Hm. Oder nicht? Okay, ähm, ja. Ich hör noch irgendwo einen reden. Wo ist der denn? Ich denke, es geht erst weiter, wenn der tot ist. Ja, ähm. Der Sound kommt irgendwie von hier hinten. Ha? Gut gemacht. Und jetzt nichts wie Vector. Die Daten sehen wir uns im Unterschlupf an. Unterwegs zur Evakuierung. Eben in 15 Sekunden ab. Einklinken. Seile raus. Yeah, das ist doch mal ein Abgang, ne? Wir sind erschossen. Oh. Er ist getroffen. Achtung. Ah, super. Haha. Okay. Okay. Plan C. Plan C. Keine Evakuierung. Weiter mit Terziaprotokoll. Echo 3. Bestätigt. Weiter zur Markierung. 54 E-Doc. Ihr müsst eines ihrer Boote kapern. Weiter. Nichts wie raus hier, verdammt. Ohohoho. Ähm. Der Superbaum hinten hat Zugang zum Dock. Ich wechsle mal auf die hier. Mal gucken. Wie die sich so anfühlt. Ah, das ist die Dreischuss. Oh, scheiße. Ohoho. Ich übernehme außen. Hendrix, geh rein. Ohoho. Oh! Scheiße! Was für ein Geist! Schnell mal hier hoch. Schnell, schnell, schnell! Was ist der Geist? Dieses Teil da oder was? Sie versuchen unseren Fluchtweg abzupacken. Gibt es Optionen? Negativ. Das ist der einzige Weg zu den Docks. Beeilung! Ein Plan D? Jetzt echt nicht! Feindliche Granate! Quick, 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 quick! Oh, oh! Oh! Okay! Kane, hol uns hier raus! Hier ist ein Ferno! Zu den Aufzügen! Seatracks Einsatz um zum Freideck zu gelangen! Okay! Los, los, los! Los, los, los! Holy shit! Komm schon! Los, los, los! Ja, auf jeden Fall, ne? Okay! Bleib da! Ich hol dich da raus! Ja! Hahaha! Hehehe! Kane, wir haben die Sumpfboote erreicht! Verstanden! Die Überwachung meldet den Mortals auf dem Weg zu euch! Ihr bedient die Geschütze, ich steuere! Hm, okay! Okay! Ja, Sumpfboot! Ja, ich kann nicht einsteigen! Ja! Alright! Ja, geh doch auch an dein Geschütz, du Idiot! Was legst du dich hier hin? Ah! Nach links! Nach links! Da! Oben! Sieht echt geil aus! Mach echt fun, man! Hier! Fuck! Geile Scheiße, Mann! Nach rechts! Links, links! Links, links! Willst du dieses Scheiß-Teil steuern, Henrik? Ich glaube endlich nicht! Hehehe! Hier! Geile Scheiße! Glaubst du, Kane hat recht? Glaubst du, Taylor hat unsere Leute getötet? Endrix, was hast du gesehen? Einen Scheiß-Dreck! Habe ich gesehen! Scheiß-Dreck! Füpp! Pala! Ja! Solche Dinge machen doch Spaß, ne? Ist schon verdammt geil! COD Black Ops 3. Echt geil. Echt geil. Macht echt Spaß. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Ladebildschirm. Okay. Da wären wir wieder. Und ich würde einfach sagen, ich drücke mal auf Fortsetzen. Das ist eigentlich hier ein Schlagring. Weiter. Weiter, weiter. Wir sind wieder hier. Da haben wir noch was zu sagen. Die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig, die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Station zu extrahieren. Wegen der Sache mit Gojulan. Da hatte ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Ich weiß. Ich weiß auch, dass die Immortals es nicht gern sehen würden, dass wir den Go-Bruder gekillt und die Schwester verstümmelt haben. Kane sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe, zum alten Coalescence-Gebäude. Okay, aber zuerst werde ich noch kurz meine Waffen hier angucken. Level Max, yeah. Ich frage mich, ich will die hier ersetzen. Radius-Gebäude. Finde ich irgendwie nicht so sexy. Muss hier irgendwas. Vision. Ja, weiß nicht. Ja, die macht schon einen geilen Eindruck, aber sie hat nicht wirklich viel Schaden. Soll ich die hier versuchen? Die wäre schon geil, aber der Schaden ist extrem schlecht. Die Präzision kann ich ja nachher mit dem Griff noch erhöhen. Oh, die wäre nice. Okay, Level 10. Wir sind Level... Keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt einfach mal Schaden. Ich kann zwar der Schaden... Ne, wisst ihr was? Ich hole mir die. Okay, aber jetzt muss ich jetzt kurz... Eigentlich kann ich hier diese behalten. Mit den Aufsätzen. Diese hier. Und was hatte ich noch? Schnellziehen und Griff. Und dann nehmen wir doch noch schnell das Magazin. So, jetzt zurück. Und dann das dritte hier mache ich jetzt da. Blumgewehr. Das hier. Und Aufsätze haben wir nur das Reflexvisier. Das hier. Passt soweit. Kann ich zurück. Dann hier noch eine Granate. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier natürlich die Wildcard. Zuerst diese. Dann diese. Und dann hier die Granate. Und hier nehmen wir das da. Und da das da. Und ich habe es langsam extrem im Griff hier. Kurz gucken. Hier kann ich auch noch weitere Dinge ziehen. Und zwar nehme ich doch einfach mal schneller ziehen. Frage mich, kann ich hier... Ah, Tarnung. Geile Scheiße. Moment. Kurz zurück. Die hier kann ich sicher... Keine einzige Tarnung. Wieso das? Okay, jetzt habe ich hier... Lustige Knarren dabei. Okay. Dann gehen wir mal weiter. und ich würde sagen... Los. Nächste Mission. Wir starten jetzt mit unserer neuen Knarre. Der ICR-1. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch. Nicht real. Ich wünschte, es wäre so. Aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Cain. Sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Koalessensanlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Taylors Team hat auf ein Prioritäts-Alarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Koalessensanlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Cain. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Aufteilen. Und dann rennt der weg und alles ist gut. Ich fände ihm einfach mal hinterher. Warte auf deinen Schuss. Warte auf deinen Schuss. Auf was soll ich warten? Ich würde sagen, wir holen die weg. Okay. Das ist jetzt natürlich genau die falsche Waffe für die Distanz. Ohne Schaden, auf die Distanz. Naja, ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich muss hier weg. Nehmen wir mal den Raketenwerfer. Einfach so. Gut. Ein bisschen Rambazamba. Ah, okay. Man kann hier... Alter. Shit. In Deckung. ASP ist aktiv. Wiederhole. ASP ist noch aktiv. Das Ding sollte schrotz sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Ja, und wo ist der Raketenwerfer? Das ist natürlich jetzt super, ne? Der Wagen hier ist weg. Da, wo ist der? Ja, ich habe keine... Na ja, ich habe keine Granaten... Äh, keinen Raketenwerfer. Hm. Schlecht. Ja, ich habe keinen. Oh nein. Nimm ihr Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss. Dass die irgendwo ein verdammter Raketenwerfer? Shit. Okay, ich muss noch mal kurz... in die Kiste gucken. Vielleicht habe ich hier... Nee, ich habe kein Schiff. Ich muss noch mal kurz... Schieß weiter auf Ihr Verteidigungssystem. Sollte nicht mehr lange dauern. ASP Verteidigung deaktiviert. Feuer frei! Ich habe keine Raketen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Ich habe keinen. Ah, Moment. Okay. Ah, Mann. Idiot. Ja. Ich habe mich gerade erinnert. Ich habe ja mit vier Raketenwerfer aufwählen müssen. Ich kann ihn nicht mit dem Rad wählen. Ja, man sollte halt ein bisschen überlegen. Oh ja. Heute geht es nur Überraschungen. Sei nicht nervös. Das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Willkommen bei Coalescence, Ihrer Zukunft. Mhm. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Gruppe an. Nö. Ich bringe uns rein. Diese Leichen sind schon einige Tage hier. Muss vor dem Angriff auf die Geheimstation passiert sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendricks? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Halte mal meine Waffe hier. Ja, aber ganz ehrlich. Du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Tortel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kayn. Ich hab bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Habs. Lade Daten hoch. Irgendwas nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, Hendricks. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem Hut. Hm. Hey. Du weißt doch, man starb besser nicht zu lange in einem Abgrund. Bleib an der Kante. Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Okay. 360. Diese Aufzeichnungen der Morde, glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Nicht auf diese Art. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem. Das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten Sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund. Egal, was dabei rauskommt. Das kann ich ja auch. Mist. Die verdammten 54i sind vor uns. Was denkst du sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. Das ist wieder so ein verdammter Kriegs-Moderfucker hier. Da. Immer in die Fresse. Das ist wieder so ein verdammter Kriegs-Moderfucker. Das ist wieder so ein verdammter Kriegs-Moderfucker. Ach, 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 ach. Bitch. Oh, komm schon. okay pass auf wo du hin trittst der ort ist etwas instabil ich fangt gerne hier die stromschwankung ist nicht normal die tür ist offen drunter aufgehört haben sie aufgehört kane könnte jemand über die systeme des gebäudes die roboter kontrollieren es ist unwahrscheinlich dass nach dem desaster noch systeme funktionieren aber wir wissen nicht was da unten ist laut aufklärungsdrohne sind sie hierdurch will jemand ein hunderter wetten dass wir da unten nichts gefährliches finden nein hey was zur hölle schweiß roboter man sie haben euch anvisiert Scheiss Roboter Mann, ich werde ihn wieder hinlegen. Danke. So, mehr? Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Was stimmt? Die Aufklärungsdrohne ist weg. Die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Wo denn? Ah, hier. Geh mal weg, Alter. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte. Ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiss zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja. Ich glaube, hier will jemand was verbergen. Blutwurren führen hier lang. Blutwurren führen hier lang. So. Öffne mal die Tür. Was ist hier los, Kane? Habe ich es doch gewusst. Was zur Hölle? Habe ich mir schon gedacht, ne? Verdammten Bastarde. Verdammten Bastarde. Ja. Genau so macht man das. Bleib liegen. Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern los, Kane? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay. Laut dem GPS sollte die Quelle des Signals da durchzufinden sein. . So, nachladen. Hecke die Konsole. Okay. Kein Problem. Heiliger Scheisse. Hendricks, überprüft die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Cain. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jay Zong. War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn... wenn er tot ist, wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Cain. Die CIA bringt uns rein. Teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Hendricks? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Cain. Gehen wir. Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Ja, super Sicht, ne? Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Ja, ich bin ja hier. Ja. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendricks. Hm. Ah. Ich hab sie nicht geöffnet. Kurz auffüllen hier. Hier drin sind noch mehr Test-Subjekte. Sie sind im Wasser. Fuck you. Ja, okay. Einschlag von dem Roboter. Das war's, ne? Ich hab sie nicht geöffnet. So. Hier drin sind noch mehr Test-Subjekte. Sie sind im Wasser. So. tengan. So. So. Shit. So. 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 Ah, wo ist noch einer? Die Tendrix, die Flasche. Oh, zack. Bump noch mal. Noch mehr. So, haben wir endlich alle. Ui. Kein Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Okay. Eine Menge Roboter hier, Cain. Ruhig. Lass dir Zeit. Cain, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Server rumzulegen. Ja, wenn die alle rauskommen, dann haben wir echt ein verdammtes Problem, ne? Oh. 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 Shit. Bitch. Endlich gut. Okay. Ähm. Nee, brauche ich nicht. Hörst du? Hörst du mich? Du musst das nicht machen. Das Blut an unseren Händen können wir nicht fortwaschen. Du weißt, wer ich bin. Cain. Ich bitte dich umzukehren. Lauf weg. Cain. Dias meldet sich über einen sicheren Kanal. Taylor hatte recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein. Er ist mit den Servern verbunden. Sein DNI dient als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert. Ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Okay. Okay. Dias, hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist. Du musst aufhören. Ich bin bereit für die Wahrheit zu sperren. Du kannst Dias nur vom Server treffen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Cain, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um dir. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt in Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr da rausgelassen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf hinten an meiner Stimme. Entspannen Sie sich. Feuer konzentrieren! Zerstör die Füße! Lassen Sie die Gedanken treiben. Ja! Das war's mit den Schützen, ne? Fänden Sie die Frieden! Deaktiviere den Turm um den Kern freizulegen! was war das denn scheiße wie muss ich das jetzt aktivieren irgendwie wir müssen im freigelegten schacht einen sprengsatz anbringen ja ich bin doch die granate gezündet hat es funktioniert ja zentral kern ist bei 66 prozent bin dabei kühlturm 2 zu öffnen schnell gehen ich werde hier überrannt was den sinne des wortes wo sind die kühlturm 2 freigelegt sie strömen über sie wie die welt des blauen ozeans wir müssen diesen server deaktivieren schalte den kühlturm aus ja ich bin unterwegs stresst mich nicht kühlturm 2 aufgelassen kern freigelegt denken sie an einen sicheren ort noch eine karte für diesen kurzen sie sind jetzt in einem vereisten so granate rein hier ich würde ja zu gern wissen wo hendrix steckt erfolgreiche sprengung kane bestätigen zentral kehrt runter auf 33 prozent noch einer arbeite an turm drei yo um what the fuck hey krs klettern die wände hoch sie wollen hier rein ich brauche Hilfe mit sie sprengen sich selbst um in die steuerzentrale zu kommen kühlturm 3 freigelegt kühlturm 3 freigelegt hier ist nicht kalt die kette ist durchaus gegen die wärme ihres herzens können sie es hören kühlturm 3 offline geh auf den turm und streng den kern wähl das bringt ihn um kain wir haben vielleicht keine wahl hendrix so letzte granate wir dürfen wir nicht verlieren hendrix du musst dich verbinden und alle daten von seinem dni ziehen das wird sein verdammtes hirn rösten das glaube ich nicht ich kenne ihn ich habe mit ihm gekämpft er sollte nicht so sterben müssen es tut mir leid es ist okay hendrix ich kann ihn sehen ich kann ihn sehen den veräuchten wald scheiße kain hast du das gehört? was gehört? was hast du gesehen was hast du gesehen hendrix? hast du was bekommen? hendrix Taylor sucht nach zwei überlebenden des coalescence desasters er hat singapur verlassen wie hat er das denn angestellt? man gewinnt neue freunde wenn man sein land verrät Mist wir werden von oben angegriffen es sind die immortals sind sie dort unten? die die meinen bruder töteten? ja ja meine männer gehen rein haben wir die standorte der cia unterschlüpfe erhalten? ja madame flutet es meine männer sind da unten jagt es hoch was zur hölle war das? ja raus hier ja raus hier ja weiter hier bricht alles zusammen geh da durch wir haben keine zeit mehr nicht anhalten los 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 beweg dich scannen nach den überlebenden wir müssen wissen wen Taylor eigentlich sucht ich scanne hendrix dartsübertragung das dauert nur ein paar minuten das dauert nur ein paar minuten kane ich hoffe du hast einen plan weil wir hier gleich ersauften ok ich helfe euch rufe die tür oh was bist du irre? nicht wenn das klappt eure lungen sollten mehr als genug luft haben um zur oberfläche zu gelangen ok aber wenn das schief geht werde ich dich heimsuchen kane Mist sie klemmt muss Türsystem überbrücken schütze mich nur noch ein paar sekunden so mach vorwärts hier ich habe die überlebenden identifiziert Sebastian Krüger und Dr. Jürgen Salim alles zu seiner Zeit kane wir haben gerade größere probleme hätte das lieber mich hacken sollen dann wäre es schon offen komm schon alter ich kann hier nicht alles alleine machen oh ist sie mal ach ok das ist für die checken oder was mach sie ins kane über dir ich markiere dein hart Hendrix ähm sobald ich die tür sprenge wird uns der druck hier rausspülen ähm sobald ich Okay, bleib hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Achtung, da kommt ein Schwach von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben aushalten. Die Brücke stürzt ein, aus dem Weg. Shit. Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Was denn? Oh, Bomben. Shit. Du musst schneller schwimmen. Shit. Das sind ganz zu viele. Du musst schneller schwimmen. Ja, what the fuck. Ich kann nicht die Bomben. Okay, das war's. Wie soll ich? Okay, bleib hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben aushalten. Die Brücke stürzt ein, aus dem Weg. Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff hält stetig. Du musst schneller schwimmen. Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Komm, 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 komm. Ich stimme jetzt einfach mal den Pfeilen nach. Und er ist natürlich wieder über mir, ne? Ist ja klar, ne? Oh. Ist du okay? Alles klar. Kane! Kane ist frisch. Ich denke, wir sind wieder bei der Punkt. Punkt der Auswahl. Wir sind Kane ein Stückchen näher gekommen. Wir sind jetzt aus Singapur. Geflohen. Wie? Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Aber ich muss echt sagen, das Spiel macht verdammt Spaß. Es macht echt Spaß. Wo man dazu natürlich sagen muss, Call of Duty, der Singleplayer war immer eigentlich ganz geil. Und ja, hier sind wir wieder beim Punktevergabe. Wir haben hier wieder ganz viele Dinge dazu verdient. Ganz, ganz, ganz viele Dinge. Yeah. Dann würde ich doch einfach sagen, klicken wir auf Fortsetzen und weiter geht's. Level 8. Yeah. Ich denke mal, ihr werdet alle lachen, wenn ihr meine Stats hier seht. Darüber wird nicht diskutiert. Aber egal. Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen. Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Das sind nicht wir, Hendricks. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Dann haben wir einen neuen Ort. Nice. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Es ist schwer vorstellbar, die geheime Dokumente in solchem Ausmaß veröffentlicht werden konnten. Dies war anbetracht der Verschlüsselungs- und Sicherheitsmaßnahmen. Naja. Weiter geht's. Und ich nehme mal wieder eine Dreischuss. Jetzt weiß die Welt also, dass es ein CIA-Geheimprojekt war, das zum Tod von mehr als 300.000 Menschen geführt hat. Glaubst du mir jetzt, dass Kane uns Informationen vorenthält? Meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das keiner. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. Auf jeden Fall wird sie das, ne? Vorring, Verschlüsseln, Protokoll, Vergeltung, Unterschlupf, das Winzler-Abkommen, Missionen wurden nicht genehmigt. Das ist viel zu schnell. Vergeltung, Sicherheitszone von Singapur, aktive Mission, Tag 3. Wir sind an der Außenmauer. Verlassen die Quarantäne-Zone. Ihr solltet mich doch nicht holen. Freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht da. Wie ist der Status? Ist der Unterschlupf noch sicher? Vorerst. Ich sehe, dass die Immortals schnell näher kommen. Und dabei zerstören sie alles in ihrem Weg. Ach. Kein Scheiß. Wir sind so schnell, wir können da. Bleib stark. Ich sag dir was. Setz nicht zu viel Hoffnung in Cain Chancen. Die Pisser meinen es ernst. Ja, wir doch auch. Und wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Ja. Die Immortals schlachten jeden zwischen sich und dem Unterschlupf ab. Nett hier. Sowas habe ich wirklich lange nicht gesehen. Aber die Grafik, verdammt nochmal. Ah, geile Scheiße, ne? Wenn ihr das auch so seht. Gebt mir einen Daumen nach oben. Jetzt sind wir schon ein paar Stunden hier am Spielen. Vermutlich treiben sie hier immer noch Immortals rum. Wir müssen weg von der Straße. Positiv. Wir gehen hier durch. Da wäre... Da wäre... Da wäre... Da wäre es mal Zeit für einen Daumen. Hier. Okay. Auch die Schattenlichteffekte. Ganz geil, wirklich. Und ich habe natürlich wieder komplett die falsche Waffe für diese Mission. Das... Ich höre es. Sicher. Seit der Sache mit ihrem Bruder handelt Gojulan aus reiner Wut. Ihre Soldaten werden keine Gnade zeigen. Niemandem. Wenn wir sie finden, werden wir es auch nicht. Hm. Das hört sich nicht gut an. Was meinst du, Hendrix? Tun wir, was wir beherrschen. Die bösen killen. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen. Das ist noch nicht vorbei. Locker flockig. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Granaten. Weißt du, bis wir Cains Arsch gerettet haben, sind Taylor und die anderen längst weg. Das kommt davon. Ja, wenn du mir helfen würdest. Wir holen Cain, dann suchen wir Taylor. Wir lassen niemanden von uns zurück. Bist du sicher, dass Cain eine von uns ist? Geht das schon wieder los? Na los, töten wir sie alle. Wir müssen entschlossener kämpfen. Das wird alles noch viel schlimmer, bevor es besser wird. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, hierher zu kommen. Also, der hat den Tod erleichtern, besser gesagt. Das ist eine blöde Idee. Ich muss hier kurz wechseln zu der hier. Komm schon, it's, what the fuck. Ihr versteht es nicht, oder? Taylor? Taylor! Was für Teufel tust du? Du hast uns verkauft. Du hast dem Feind geheime Informationen gegeben. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hinter der schicken Firmenfassade führte die CIA illegale Experimente an Menschen durch. Experimente, die ihnen wieder vor die Füße gefallen sind. Mit hunderttausenden von Toten und noch mehr, die durch die Auswirkungen leiden mussten. Und jetzt frag dich mal, wer ist in dieser Situation der Böse? Die Menschen, die eine Katastrophe direkt vor ihrer Haustür überlebt haben? Oder die Schlipsträger, die alles vertuschten? Die Immortals haben eine Gesellschaft aufgebaut, als der Rest der Welt wegsah und sie verrotten ließ. Vielleicht wollen sie Rache. Vielleicht wollen sie Gerechtigkeit. So oder so. Du kannst doch nicht sagen, ihr Zorn wäre nicht... ...gerechtfertigt. Taylor! Taylor! Taylor hat unsere Kommunikation gehackt. Cain! Ich höre nichts mehr von Cain. Es könnte schon zu spät sein. Wenn die Immortals in den Unterschlupf gelangen, ist Cain so gut wie tot. Geh nach oben. Finde einen Weg für mich. Ich hoffe, du liegst bei ihr richtig. Jupp. Auf jeden Fall. Ich bin der Fall. Was zur Linken? Was zur Linken? Das Gewehr ist geil, Mann! What the fuck? Ah, da oben. Gut. Hehehehe. Ziel direkt voraus! Geile Scheiße, echt? Hehehe. Geile Scheiße, Mann! Und... Das ist meine Sniper hin. Ah, hier ist mein Baby. Das sind die Letzten. Ja. So. Moment, wir wollen diese ASP nicht anlocken. Wir sollten rauf auf die Dächer. Da sehen wir besser, womit wir es zu tun haben. So, schleichen die uns an dem Ding vorbei? Scheiße. Die reiste Immortals Tagung da unten. Ich gebe dir von oben Deckung. Okay. Ich will jetzt ein bisschen wegsnipern, was geht. Sachte, warte, bis niemand hinguckt. Scheiße, hier wird's heiß. Sie haben uns. Schalt sie alle aus. Sie haben uns entdeckt. Weg, jeder. Fuck. Wir müssen Bürogebäude da vorne vorstoßen. Ich will noch ein paar Decksnipern hier. Ja, wenn sie... Oh, shit. Kann die Karkäte hier. Ja, triple kill. Ah, shit. So, Snipern macht Spaß. Okay. Spaß. Wir müssen hier so ein bisschen aufräumen. Und nochmal durchrennen hier. Oh, 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 oh. Man hat sie. Scheiße. Oh, motherfucker. Wo kommt du denn hier? Oh, shit. 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 Scheiße, von vorne? What? Okay, shit. So, wenigstens alle diese hier runterholen. So. Double kill. Okay. Shit. 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 Nicht mehr viele. Da drüben noch eine. So, nehmen wir doch vorhin. Nee. Ja. Einiges besser als vorhin, ne? Versuch im Schatten zu bleiben. Machen wir einen. Schalten Sie schnell aus. Oh. Sehr gut. Keine Immortals-Aktivität da unten. Geh es langsam an. Sie sehen sich rum. Vorsichtig. Kein Problem. Oh. Und Sie wissen, dass wir hier sind. Feuer frei. Jetzt wird's brenzlig. Wir müssen aufpassen. Wir müssen zum Bürogebäude da vorne vorstoßen. Wer zum holy fucking shit. Oh. 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 Leute, ich denke, wir müssen hier schon ein bisschen vorsichtig vorgehen, aber trotzdem nicht hier homecampen. Wo ist der Typ? Wieso kommt der nicht mit? Ja, du machst ja nichts, ne? Irgendwo noch ein verdammter Roboter, oder? Irre ich mich. Nee, schön. Ja, und wo ist der? Da ist der. Wow, Hendrix bewegt sich. Oh, 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 oh. Roboter sind scheisse, wenn sie hier zu nahe kommen, ne? Dann sind sie extrem gefährlich. Ich denke, wir sind gleich am Ziel. Shit, wie kommen wir hier rein? Okay. Ähm. Ich muss warten, bis... Geh du vor. Ich geb dir Deckung. Ja. Oh, oh, oh. Willst du es wirklich nicht ablassen? Auf gar keinen Fall, Hendrix. Wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Der Unterschlupf ist kompromittiert. Ich zieh mich in den Schutzraum zurück. Leite Coach Wasser ein. Gut zu wissen, dass du noch munter bist. Hast du Taylors Funkspruch gehört? Er hat euch kontaktiert? Was hat er gesagt? Was hat Taylor euch erzählt? Sie kommen! Kane? Ja, was denn? Ich habe Rache geschworen. Ihr habt eure Mauern errichtet, um die Schwachen und Kranken einzupferchen. Ihr habt sie zurückgelassen. Sie vergessen. Heute verüben die Kinder der Apokalypse ihre Vergeltung gegen all jene, die ihnen tatenlos beim Sterben zugesehen haben. Daran seid ihr selbst schuld. Gojolan? Wie? Ich habe ihr Zugriff auf unsere Kommunikationsprotokolle gegeben. Taylor, was willst du? Was genau suchst du? Die Entscheidung, die Verantwortung, ruht immer auf den Schultern eines Einzelnen. Und den werde ich finden. Wieso? Weil ich wissen muss, wie tief dieser Kaninchenbau ist. Aha. Die Kampfwagen könnten uns Vorteile gegenüber den Scharftusen verschaffen. So, ein paar Wegsnipern. Da haben wir noch zwei. Okay. Die holen wir uns. Einmal noch mal durchmähen hier. Ja, gut. Bei mir sammeln und zum Unterschlupf vorstoßen. Willst du die Munition mitnehmen? Halt! Was ist das für ein Geräusch? ASP! In Deckung! Ablenken! Ich schalte das Verteidigungssystem aus. Ja, dann mach mal was. Wo ist der hin? Wir brauchen etwas Großes, um das Ding auszuschalten. Ähm. Das Verteidigungssystem geht wieder online. Ja, Hackaten. Hackaten. Jetzt habe ich ja die Sniper. Oh, shit. Das Verteidigungssystem ist wieder aktiv. Auf die Schwachpunkte zielen. In Bewegung bleiben. Er darf mich nicht erfassen. Fuck! Sammeln und zum Unterschlupf vorstoßen. Ja, wie mache ich das am besten? Okay, ich muss einfach... Ja, ich schieße den weg. Halt! Was ist das für ein Geräusch? ASP! In Deckung! Ablenken! Ich schalte das Verteidigungssystem aus. Wir brauchen etwas Großes, um das Ding auszuhalten. Ich schalte den Raketenwerfer, solange die Verteidigung inaktiv ist. Das sollte es verlangsamen. Immer weitermachen. Das Verteidigungssystem geht wieder online. Verteidigung ausgefallen. Wir brauchen irgendwas Großes. Er ist wieder online. Achtung! In Bewegung bleiben. Er darf dich nicht erfassen. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Das Verteidigungssystem ist wieder aktiv. Auf die Schwachgruppe zählen! Ja! 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 Ich habe keine Raketen. Das ist mein... Ah, okay. Ich habe Raketen. Alles cool. Ich glaube, das war's. Der sieht ziemlich erledigt aus. Ja, man muss die Scheiß ja halt sehen, ne? Taylor hat unsere Kommunikation kompromittiert. Wir haben keine Ahnung, wie er zuhört oder redet. Zammelschöck. Tammel- Tammel. Ja, die holen wir. Die holen wir hier oben mit der Pistole. Nee, nur Spaß. Weiß nicht. Ich geh, glaub, auch runter, mach ein bisschen. Rambazamba. Oh, wir haben gar keine Schüsse mehr. Fuck, der. Ja, und das hier nicht, oder was? So, noch mehr. Ja, das ist einer von uns, ne? Oh, oh. Fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Okay. Komm, Röni, Röni, Röni. So. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich die Ahnung. Oh, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Damn. Das ist ein Knopf. Das ist ein Scheiß-Tile. Oh. Oh. Letzten paar noch. So. So. Ich will jetzt hier Mission tanken. Hallo. So. Hooray. Hendrix. Hendrix. Okay. Jetzt holen wir Cain. Fuck. Die ist nicht tot, Mann. Die holen wir jetzt hier raus, ne? Nicht so lange. Was hast du dir angetan? Sie wird nicht mehr mit euch reden. Jetzt ist sie einfach still. Ihr werdet schon sehen. What? What? Hm. 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 Die andere Flasche, wieso kommt der nicht mit, Mann? Was ist das? Oh mein Gott. Halt deine Fresse, du Feigling. Sind wir so weit gekommen und jetzt kurz vor Ende? Wo wir diese Cane finden? Gib der Typ auf. Das kann ich doch einfach nicht ernst nehmen, oder? Und. Shit, 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 shit. Wir werden doch nicht sterben jetzt. Genau, halt deine Fresse, Mann. Was? Was? Kain! Hast du was zu sagen, Hendricks? Verdammter Wichse. Ich sehe... ziemlich viel Blut an dir. Blöder Drecksack. Und? Ja, wieder ein Abschnitt geschafft. War ganz geil. Wir haben Cain befreit. Und ich muss echt sagen, das Spiel macht mir immer noch Bock. Ich bin jetzt ein paar Stunden ununterbrochen am Spielen und es ist... Ja, es ist geil. Ich denke mal, jetzt kommen wir wieder zur Punkteauswahl. Genau. Ich drücke einfach mal auf Fortsetzen. Wieder ein paar Punkte. Jetzt könnten wir eigentlich... Mit der Medizin wird sie in ein paar Stunden wieder auf den Beinen sein. Die Narben brauchen länger zum Verheilen. Jo. Und... Kommst du damit klar? Womit denn, Hendricks? Mit der Tatsache, dass Leute wie wir, unsere früheren Freunde, zu Verrätern geworden sind. Und dass wir sie verfolgen. Sie haben geheime Daten weitergegeben, anhand derer unsere Feinde wussten, wann und wo sie zuschlagen mussten. Sie haben der CIA das Singapur-Desaster zugeschoben. Ihre Handlungen haben das ganze WA gefährdet. Also ja, ich komme damit klar. Darauf kannst du Gift nehmen. Du Ratte! So, ich gucke kurz hier in die Waffenkammer. Ich will irgendwie... Die ist eigentlich nicht schlecht. Die kann ich jetzt momentan mittlerweile sicher weiter... Oh mein Gott, guck dir das an! Also, was nehmen wir? Ich würde einfach mal sagen, die Magazinerweiterung ist immer gut. Dann, wie sie haben wir bereits. Schnell ziehen. Und den Griff, ne? War doch die... Jetzt muss ich kurz gucken. Ne, die braucht mehr Schaden. Das heisst, Vollmantelgeschosse. Griff weg. Und dann nehmen wir Vollmantelgeschosse. So, okay. Das passt, das passt, das passt. Die ist immer noch Level 1. Können wir hier... Schnelleres Magazin, schneller ziehen. Schnelleres Magazin. Okay. Das passt. Jetzt kurz zurück. Will ich mal kurz gucken. Hier kann ich vielleicht mittlerweile was Neues kaufen. Die Razorback. Razorback. Feuerrate und Schaden. Hm. Möchte hier... Möchte mal das sein. Die oder die was. Stumgerüche. Meine War haben wir noch nicht. Und diese hier interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Also denke ich, wir lassen das mal so. Zurück. Und zurück. Und wir starten einfach mal die nächste Mission. Und gucken, was uns Schönes erwartet. Ähm. Was nehmen wir? Ich würde sagen, wir testen mal die hier mit den neuen Fähigkeiten. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Flugzeug? Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht. Verbleib unbekannt. Dr. Salim hingegen ist am Leben. Und zwar in Kairo. Unsere Freunde der ägyptischen Armee haben ihn in der Ramses-Station. Einer der wenigen Orte, die nicht in der NAC-Hand sind. Verschlüsselung. Neuen Protokoll. Echo beim ständigen Auf und Ab in die Regierung. Auf und Ab. Ramses Bahnhof, Ägypten. Aktive Mission. Tag 4. Yeah. Ja. Ja. Warte eine Fresse, du Feigling. Zum Glück habe nicht nur ich ein Déjà-vu. Wir kämpfen mal verloren im Posten. Taylors Daten helfen dem NAC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Sie machen schnell Boden gut. Zivile Verluste sind hoch. Kairo steht kurz vor dem Zusammenbruch. Hoffentlich redet dieser Doktor bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Das wird er. Man versteckt sich nicht in Kairo, außer man möchte dringend vor etwas fliehen. Wir sind jetzt in Kairo, oder was? Wir haben euch erwartet. Wir haben den Gefangenen. Danke für die Hilfe. Und wo wir offiziell ja gar nicht existieren. Schön, dich zu sehen, Kalil. Wir hatten auf Verstärkungen gehofft. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert, aber wir haben größere Probleme. Der Gefangene hat vielleicht Informationen über die Männer hinter den jüngsten NAC-Angriffen. Wenn wir sie fassen können, können wir eurer Armee mehr Unterstützung bieten. Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ihr braucht Hilfe? Stellt euch an. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NAC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Keine Angst. Ich brauche ihn nicht lange. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NAC-Roboter. Wie ist Ihre Einsatzstärke? Weniger als tausend Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raul Menendez. Was? Raul Menendez war ein selbstherrlicher Heuchler. Der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens ein Drohnenabwehrbündnis. Direktenergie-Antidrohnensysteme schützen alle wichtigen militärischen, zivilen und industriellen Ziele der Verbündeten. Die Däts sind der Grund, warum wir noch hier sind. Kann sein, nur dass es nicht Menendez verdienst. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Ne. Wir richten eine temporäre Überwachung ein. Ein Zugang zum WA-Kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Vielen Dank für die Unterstützung, Lieutenant. Danke. Und jetzt? Ah, okay. Wir müssen hier rein. Hallo? Ah, jetzt? Es ist mir völlig egal, wer Sie sind. Sie halten mich ohne Grund fest. Und ich möchte sofort mit einem Rechtsvertreter reden. Der bin wohl ich. Setzen Sie sich! Ich mach das, geh ruhig. Diese Männer hier, kennen Sie die? Kennen Sie sie? Nein. Nun, die kennen Sie. Zumindest wollen Sie es. Sie haben für die Biotech-Firma mit Namen Coalescence gearbeitet. Genauer gesagt. Das CIA-Geheimprojekt überschreitet seine Grenzen. Das ist schon sehr lange her. Eine halbe Ewigkeit. Wirklich? Nun, die Vergangenheit holt Sie ein. Sie schweben in höchster Gefahr. Das NRC legt Kairo in Schutt und Asche. Und diese Männer wollen Sie wahrscheinlich tot sehen. Nun, als Ihr rechtlicher Vertreter... ...empfehle ich volle Kooperation bei dieser Untersuchung. Ich war Verhaltenstherapeut für die Testsubjekte des Projekts. Ja. Diese Testsubjekte? In Singapur? Waren Sie Freiwillige? Der Klang Ihrer Stimme lässt... ...keine Zweifel, worauf Sie hinaus wollen. Genauso wenig Zweifel habe ich daran, ...dass Sie die Antwort auf Ihre Frage bereits kennen. Ich habe noch eine Frage. Hey! Hendricks! Zurück! Was ist... ...der vereiste... ...Wald? Scheiße! Vielleicht sollte Kane Dich doch untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es Ihnen. Ja, jetzt... ...jetzt plötzlich kommst du wieder, oder was? Du feiger Hund. What the fuck? Das ist ein Angriff. Huh... Sorry So, haben wir bald alle hier Nimm mal hoch Ups, sorry So Bad glitching vom feinsten hier Zu spät Gesichert, das war der letzte Kain Verbinde uns mit dem ägyptischen Kommando Ramses 1 1 Oberstes Ziel ist der NRC-Konvoi Richtung östlichem Kontrollpunkt Ankunft in einer Minute An alle Notfallverteidigungseinheiten Die Position verstärken Verstanden Benötigen VTOL Transport um die Trucks Rechtzeitig zum Kontrollpunkt zu bringen Bestätigt, VTOL Transport auf dem Weg Okay Wir müssen uns beeilen Ja, mit was denn Müssen wir uns beeilen? Rein da! Oh shit Wo denn rein? Ah, hier Okay, okay, okay Komm, 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 komm Ich komme Los geht's Hoffe ich doch, zumindest Oder war das wieder ein Kapitel? Wichtige Positionen Wichtige Positionen Darunter die Metro Tunnel unterhalb des Kontrollpunkts sind vermint Sprengung ist der letzte Ausweg Das ist nicht unser Krieg, Lieutenant Wir wollen nur unseren Gefangenen Verlieren wir den östlichen Kontrollpunkt Gibt es keinen Gefangenen Gibt keine Gefangenen Lalalalalala Oh shit Hehe Ich sage Wir bleiben bei Plan A Hehe Männer in Position Jetzt! Männer auf die Mauer für Unterstützungsfeuer Verschießt sie Gönnt ihnen bloß keine Fahne Los, los, los! Kane Durchsucht das Stadtarchiv Ich brauche die Position der Stützpfeiler Ich brauche Zeit Systeme beschädigt Muss man's im Auge suchen Wir haben keine Zeit Okay, habe die südlichen Stützpfeiler gefunden Hehehe Ziel bestätigt Angriff in Bedeckung Ja, in den Boden Wie denn in den Boden? Ja, in den Boden Wie denn in den Boden? Was heißt der? Wer feinig ist? Oh Explosion Verständigt Und jetzt auf diese Seite hier Und jetzt auf diese Seite hier Ich brauche und platzieren Schnell, 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 schnell Komm, komm, komm Platziert! Jagd in Holt! NRC Verstärkung in 5 Minuten Shit Noch 2 So, pfannas auch Spannas auch Ah das ist 4 Schau 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 und der letzte Nachladen Noch eine Minute müssen wir durchhalten Sollte eigentlich zu machen sein Oh shit Vorne noch einen Stachel platzieren Fuck Das sind einfach schon ein bisschen Biele Los, 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 mach schon Fuck Los, los, los Ja Ja Wie komm ich da hoch Ich hatte auch Lust zu kämpfen So Ich kann mich nicht rüber Es gibt ein Problem Was jetzt Ich hab es Sprengen sofort Yeah Danke Ich werde es nicht vergessen Gerne Können wir wieder zum Gefangenen? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ab den Palast Sie suchen einen anderen Weg zum Ramses Gebiet ist sicher, Lieutenant Treffen uns auf dem Platz Verstanden Zum Platz Zum Platz Es sieht fast so aus, als wollten sie uns vom Bahnhof fernhalten Aber warum? Ähm, 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 ähm Woher wusste er, wie im Hafen verheilten? Oh shit, die verdammten Granaten Oh shit, die verdammten Sieht fast so aus, als wollten sie uns vom Bahnhof fernhalten Aber warum? Halt Ich glaube Angriff Durchbruch beim Ramses Bahnhof Kane Geht es dir gut? Es war Taylor Sie haben Dr. Salim Kane Wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheiligst du uns irgendwas? Sie sagt, wie war ein Hendrix? Taylor Bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist Oh doch Du weißt alles Du weißt es nur noch nicht Kane, kannst du ihn ausüben? Du weißt alles, du weißt es nur noch nicht Nicht von dir Kehre zurück zum Unterschirm Okay Shit Shit Das sind unsere Leute, ne? Oh Arsch Meine Hand Bereit machen Wir brauchen Dafür werden gewissen Werfe Granate Feind im Visier So So Bereit machen Bereit machen Was ist Heinrich? Oh, dieses Schwein Was ist das denn? So, stirbt. Und, Hendrik ist natürlich irgendwie, versteckt sich natürlich wieder wie ein kleines Mädchen. Ich gucke mich einfach mal an. Indem wir hier den ganzen Krieg gewinnen, denke ich, gehe einfach mal, komme ich hier irgendwie nicht raus. Ah, hier, okay. Aber, solange da diese verdammten, da liegt doch noch einer. Okay, die Roboter sind weg, wenn wir es riskieren. Ah, ich habe es doch gewusst. Da sitzt noch einer, oh shit. So. Nee. Sammelstück. Was machst du denn? Eins, zwei, drei. Drei. Hey, Mann, lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein. Langsam, das Ding hängt am seidenen Faden. Wow, 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 nicht schießen. Freunde, Winslow abkommen. Helfen Sie mir, bitte. Scheiße. Okay, ich werde sie bewegen. Nicht wie raus da. Der Pilot ist tot. Scheiße, komm schon, wir müssen los. Oh shit. So, wieder so eine fette, fette Hure. Also, die ging jetzt nochmal. Die Kip-Branchi müssen. Die Kip-Branchi müssen. Schon. Oh, Granate. Shit. Irgendwas stimmt hier wohl nicht Ah, er ist down, hier! Oh shit, ich brauche unbedingt Munition, Munition, Munition Puh, sehr gut Oh shit Ne, nochmal so'n Ding Oh shit Alles auf einmal, verdammt nochmal Oh shit, Mann Shit, nein Oh mein Gott Ne, aber nicht nochmal Uh, dankeschön Ich muss hier kurz Munition tanken Oh mein Gott Scheiße, ASB ist funktional und in Bewegung, in Deckung Oh shit Shit Was geht das? Wird so schmerzlos Wir müssen uns der Wahrheit stellen Wir brauchen den Doktor Du kennst mich ein Ricks besser als irgendjemand anderes Oh, noch einer Du kennst mich ein Ricks besser als irgendjemand anderes Ich dachte, du wirst mein Freund Ist hier doch an, Mann Gehen lassen müssen Warum lässt du uns nicht einfach gehen? Wir müssen mit Kane reden Sofort Oh, komm Leute Helft mir Feuer auf die ASB konzentrieren Feuer auf die ASB konzentrieren Ah shit Nur noch eine Rakete So Wollen wir das scheiß Teil Shit Ich hab keine Raketen mehr Ich muss kurz hier hinten Vielleicht hab ich ja Glück Und meine Raketen wurden auch aufgefüllt Was? Das ist der letzte Okay Keine Zeit zu verschwenden Na los Nein Wir haben was übersehen Was übersehen? Wo ist das Dead System? Dead System offline Wiederhole Dead System offline Scheiße, in Deckung Und jetzt Der stacking Weich Die Der 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 Er Der 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 Ihr wolltet uns doch helfen. Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren. Kalil, es ist nicht zu spät. Das sind Verräter. Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen. Wir schlagen zurück. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Kane, was ist mit dem Sender? Finden wir damit, Salim? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebesche. Verstanden. Treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Kane und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Verdammter Drecksack. Kane hat das nicht entschieden. Ich war's. Wir haben eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor. Trotzdem war's nicht richtig. Ich habe... ...nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ja, ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch. Ja, es scheint noch einiges falsch im Krieg. Aber... Was soll man tun? Jo, okay. Ich denke, das war wieder ein Kapitel. So ist es. Und, ähm... Ja. Ich finde das Spiel... Auch die Zwischensequenzen und so... Ich finde es sehr cineastisch gemacht. Und ich will auch nicht allzu viel reinreden. Und ich muss mich, ja, entschuldigen, die... Die mehr von mir hören wollen. Aber ist extrem schwer in dem Spiel. Ich will einfach nicht reinreden die ganze Zeit. Und ich will es einfach lassen... Laufen lassen und genießen. Und auch, ja, ihr... Im Video sollt auch die ganze Szenen und das ganze Zeug genießen können. Und nicht immer mein Gelaber hören. Und ich rede ja zwischendurch auch. Aber... Nicht die ganze Zeit. Und ich gebe mir wirklich Mühe, auch nicht darüber zu reden. So, und Eingabe fortsetzen. Hey, Level 10. Wupp, wupp. Geist. Hey, neuer Ort. Ich gucke mal kurz im Kleiderschrank. Hier, wir haben alle. Ich finde den am geilsten. Der ist irgendwie... Hm. Yeah. Okay. Aber... Jetzt können wir kurz in den Waffenschrank gucken. Wo ist der denn? Waffenschrank, Waffenschrank, Waffenschrank. Natürlich schläft der. Kann ich dir vertrauen? Ja, leg los. Kann ich dir vertrauen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Das Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor aufspüren. Ja, ich will jetzt kurz meine Waffen hier. Und zwar... Ähm... Jetzt muss ich kurz überlegen. Locus. Hahaha. Hier habe ich diese Klasse gemacht? Äh... Nee. Weil... Jetzt kann ich doch hier die Metal War kaufen. Schakabum! Wir haben hier das Reflexvisier. Ach, hier haben wir schon ein paar Dinge freigeschaltet. Okay, dann würde ich sagen, auf jeden Fall den Griff. Und... Laser. Oder schnell ziehen. Die Magazinerweiterung. Dann natürlich hier, ähm... Das und das. Und hier das. Da. Dann brauchen wir hier noch... Ah! Zwei neue! Sind sie einen zweiten Aufsatz für ihre... Zweite Waffe? Nee. Also ein zusätzlicher Aufsatzplatz für die Primärwaffe. Noch einer. Okay. Hm. Nee. Moment. Habe ich das? Ah, so. Okay. Magazinerweiterung. Jetzt könnte ich noch irgendwie... Schnell ziehen. Beispiel. Griff. Magazinerweiterung. Schnell ziehen. Ah, okay. Jetzt könnte ich hier noch einen hinzupacken. Soll ich das mal machen? Könnte ich eigentlich machen, ne? Bam. Bam. Okay. Jetzt habe ich hier noch einen Platz. Und da knall ich einfach mal den Schaft drauf. So. Sweet. Okay. Jetzt kann ich aber hier... Natürlich auch noch... ...das aktivieren. Und dann hauen wir hier noch... ...den Griff. Hm. Sternfeuer. Uhu. Uhu. Großkaliber. Yeah. Aber kurz jetzt... Moment mal kurz. Ähm. Eigentlich ganz geil jetzt. Eigentlich ganz geil. Leider immer noch keine Tarnung. Schade. Okay. Dann mache ich das gleiche noch hier. Bam. Und dann knallen wir hier noch... ...den Schaft mit drauf. Schalldämpfer. Schaft. Extreme Verbesserungen. Extrem. Ich habe jetzt verdammt geile Knarren. Hier natürlich auch. Bam. Bam. Und dann noch... ...und das Magazin. Magazinerweiterung habe ich bereits. Langer Lauf. Wow. Okay. Yeah. Das wäre natürlich... Okay. Das müssen wir jetzt testen. Geile Scheiße. Okay. Los geht's. Ähm. Los. Und wir starten mit dem hier. Das muss ich jetzt testen. Hehehe. Hehehe. Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige... ...unregelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem. Aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem... ...nach seinen letzten Ausgaben. Du weißt, wovor ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Oh ja. Hendrik, dieser Bastard. Der innere Dämon. Wie bin ich jetzt? Ägypten. Aktive Mission. Tag 5. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße. Kane! Das Signal vom Doktor ist weg! Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Kalil, halt deine Männer in Position. Wir sind im Landeanflug. Wir sichern die Botschaft. Warte auf unser Zeichen! Fisthalten! Manticore mit menschlichen Piloten. Okay. Sie sehen Sarah Hall im Können aus. Warte. Wissen Sie, wo Taylor und Marecki sind? Wo wollen Sie hin? wir dürfen nicht noch mal verlieren beste knarre für dieses teil holen greift an vorsicht achtung auf erhöhte position ja was schönes gesehen noch mal ihre schilder versagen gleich munition verdammte scheiss einfach nicht was ist das denn was für ein roter kreis um mich rum ja wir haben ihn nicht so gehen wir jetzt also vor töten unsere leute weil sie eine verschwörung aufgedeckt haben du weißt nicht was das auslösen ich weiß und es tut mir leid das ist ein baby hallo ist da jemand jemand ich habe es doch zu bis in ihm und nicht wieso ihre sich ist ihre angeschränkte sicht meine entscheidung über die zirka bitte hören sie mir doch zu Zum Informationsaustausch gehören zwei Seiten. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr kontrollieren. Wir stehen vor dem Weg in einem neuen Weg. Hall? Was hast du mir angetan? Ich wollte mich mit deinem DNI verbinden, aber etwas lief schief. Hörst du mich? Was zur... Das kann nicht wahr sein. Cain! Kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Das geheime Projekt. Dieser Tag ist bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann du gleit. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Sarah? Diese Stimme. Erkennst du sie? Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten Coalescence Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum. Sicher. Verdammte menschliche Testsubjekte. Toll. Das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes. Das brauche ich jetzt. Hall! Meldung! Auf zur Immortalsjagd. Auf zur Immortalsjagd, hat er gesagt. Du weißt, wie es läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von Ihren Servern. Los. Taylor, alles klar? Ja. Ich habe ein paar Störungen in meiner Optik. Okay. Ich helfe dir beim Kalibrieren. Sarah, kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist Bastante. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Töpferkeit. Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich habe davon geträumt. Folge mir. Ich zeige dir, was ich meine. What the fuck? Du hast im Kürzesten gezogen. Willkommen in Bastonia. Und jetzt bewegt deinem Arsch an die Front. Wie geil ist das denn? Die schießen ja auf mich. Shit. Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein. Ups, sorry. Eindeutig ein Flashback in die älteren Call of Duty-Teile, ne? Finde ich ja geil. Irgendwie finde ich das geil. Damals die zweiten Weltkrieg-Shooter-Teile. Teile, also Call of Duty-Teile im zweiten Weltkrieg gespielt haben. Habe ich schon ganz geil gefunden. Und das hier. So ein bisschen Flashback. Obwohl ich hier kurz vorm Sterben bin. Ich muss mich kurz ein bisschen Deckung bringen. Da. Oh shit, ich bin kurz vor dem Sterben. Ich bin kurz vor dem Sterben. da oh shit, sorry what the fuck so, Truhe bitches und ich muss mal dazu sagen, die Knarre ist super jetzt ganz geil, eine SMG mit ziemlich guter Reichweite ist eigentlich genau das genau die Waffen liebe ich finde ich eigentlich ganz geil bin sowieso mehr der SMG-Fan als Maschinengewehre ja danke, ne und jetzt verpisst sie sich what the fuck ich bin Uff, uh-oh. kommt noch mal kognitiven dissonanz wo 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 feige ratten von der seite hier was verdammt war das die schreckenswölfe zuerst fielen sie nur über verwundete hier bevor später hier akten sie die starken shit all right noch mehr achte nur auf den klang meiner stimme entspann dich hier und heißen auch Fuuuuh! Oh! Deine Verbindung per DNI. Du wusstest, was sie mit mir machen würde. Du lagst im Sterben, Sarah. Ich hatte keine Wahl. Im Sterben? Konzentrier dich. Erinner dich. Was ist in der Geheimstation passiert? Holy shit. Ja, toll, ne? Geil. Echt geil. Und das meine ich auch mit extrem cineastisch. Ich will gar nicht reinreden. Ich will die Atmosphäre nicht zerstören, denn die ist wirklich extrem geil. Und ja, ich gehe jetzt hier rein, ins Licht. Ich wollte nur kurz mal wieder was sagen. Und los. Wir haben etwas aufgedeckt, das die geopolitische Landschaft gefährden und das Winslow-Abkommen scheitern lassen würde. Wir hätten wissen müssen, warum man uns zurückrief. Man konnte uns nicht trauen. Zu viel Risiko. Wenn man ein Geheimnis begraben will, liegt es oft neben dem, der es bewahrt hat. Sie sagten, dass sie eine Diagnose durchführen müssten. Aber das war gelogen. Sie wollten uns bloß terminieren. Aber als wir dort ankamen, war das Personal schon tot. In Stücke geschnitten vom Vollstrecker der 54i mit Namen Jei-Jean. Wir wussten, dass sie uns jagen würden. Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen. So ist das nicht gewesen, Sarah. Wir haben die Aufnahmen angesehen. Du warst es. Du hast sie kaltblütig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord. Du hast ihre Wiedergeburt verhindert. So wie Jei-Zong. Warum? Warum? Sarah. Warum glaubst du, bist du hier? Was ist so wichtig an diesem Kampf? Warum hast du davon geträumt? Ich habe es immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich wusste, ich war nicht stark genug für diesen Kampf und auch nicht mutig genug. Als ich das schrieb, hatte ich nicht mal einen Kampf miterlebt. Ich habe aus erster Hand gelesen, was sie durchgemacht haben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie durchhinken. Manchmal muss man durchhalten. Und manchmal loslassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Den wir gehen müssen. Oh! 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 Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Upsala! Sorry! Parkaufschüsse verteilen hier. Was ist das? Ah! Ah! wir holen uns zurück nicht auf bis wir es geschafft haben ja 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 Wo ist der Sanitator? Haben wir sie ein bisschen minimiert? Gut, hab ihn! Ach! Ach! Oh shit, shit, shit! Ups, sorry! Hm. Fuck! Aber ich verstehe nicht ganz der Sinn hinter dem Ganzen, ehrlich gesagt. Der deutsche Tigerpanzer, der Königstiger, immun gegen die meiste Munition. Bist du stark genug, ihn zu besiegen? Denk mal schon, ne? Ja, und jetzt flieht der, ne? Feigling! Feig dein Köpfchen! Okay. Nehmen wir raus hier. Uh oh! Oh shit! What the f- Holy shit! Habt ihr das? Ah! Wie krank ist das denn, bitteschön! Wie krank ist das denn? Was haben Sniperhure? Shit! Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Ja, Sammelstück. Gott. Oh, 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 shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Oh, fuck that. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt bin ich sofort tot. Ich erse immer meine Sicht und die ganze Scheisse einzustellen hier. Jetzt sehe ich genau, wo die sind. So, raus hier, nachladen. Das ist eine Position suchen hier. Sehr gut. Shit. Wo ist der? Oh, shit, das war knapp. Shit, das war verdammt knapp. Uff. Okay, weiter. So, und der Letzte. So, der Hund. Das ist die andere Tante. So, reicht das jetzt? Okay. Ja, nee, danke, oder? Oh, das ist so einer. Ich bin jetzt ganz alleine, ne? Dankeschön. Schlau, 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 schlau. Ich bin jetzt zuerst ein bisschen aufräumen. Oh, weg, 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 weg. Uff. Shit. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier. Oh, dieses Scheißteil da unten. Komm, schnell, 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 nee. Oh, mein Gott. Hm, wie schlecht. Oh, fuck, wie schlecht. Shit. Shit. Das Gerät außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Ruhe, Gewalt. Manchmal ist das alles, was einem bleibt. Hm. Soll ich das am besten packen? Ich denke. Ich werde hier zuerst mal ein bisschen die Leute wegräumen. So ganz flauschig. Oder? Ich denke dir. Oh, ist das Ding nachgeladen? Ich bin nachgeladen. Ich bin nachgeladen. Ich bin nachgeladen. Schnell, 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 schnell. Ich bin ganz schon streng so alleine. das Ding hier. Puh. Fast gestorben. Ich denke. Er ist down. Yeah, baby. Holy shit, wie geil. Wow. Puh. Okay. Es soll, dass noch mehr kommen, so wie das hier ausschaut. Wir töteten sie. Wir haben alle kaltblütig ermordet. Ich erinnere mich, aber... Ich spüre die Erinnerung nicht. Verliere ich den Verstand? Ist das die Hölle? Sarah. Ich muss wissen, wo Taylor ist. Es ist außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Du solltest nicht hier sein. Taylor! Taylor! Ich will hier raus! Wir wollen beide dasselbe. Wir wollen Taylor finden. Wo ist der Sarah? Du musst bei mir bleiben! Aha! Wir wollen Taylor finden! Nach der Entdeckung des Geheimprojekts suchtet ihr nach Salim. Wir lieferten Infos über Corvus und die Geheimstation an die Immortals. Ihre CDP-Kontakte brachten uns nach Ägypten. Als wir Salims Position hatten, schlugen wir mit einem NRC-Angriff zu. Was war denn so wichtig an Salim? Der Doktor wusste als einziger etwas über den Wald. Taylor war besessen, wie wir alle. Er meinte, nur dort wären wir sicher. Aha! Ja, wenn das so ist. Dann trinke ich doch gleich nochmal einen Schluck. Wo bist du hin, Sarah? Hast du einen sichereren Ort gefunden? Wir versteckten uns in den alten Aquifären und überlegten, wie wir es sind. Wir müssen die Salim schnappen. Die Aquifäre. Die mobilen Wasserraffinerien draußen in der Wüste. Ist das Taylors und Marettis Ziel? Das muss es sein. Kane müsste die genauen Koordinaten ermitteln können. Sarah, was ist passiert, als du Salim geschnappt hast? Was passierte in Kebesche? Was hat er dir gesagt? Wir müssen es wissen. Uh-oh. Uh-oh. Zwecklos, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg hier. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts Falsches gemacht. Sie waren... ein Teil des Ganzen. vom CIA-Gedankenkontrollprogramm. Taylor, wir kriegen Besuch. Hall, na los, mach. Was wollen Sie von mir? Erzählen Sie mir vom vereisten Wald. Der Wald ist nichts. Nur eine im Verstand der Patienten eingepflanzte Idee, damit sie nach den Experimenten Frieden finden können. Genau, das illegale DNA-Experiment. Verborgen hinter einer Konzernfassade. Ein Projekt mit über 300.000 Opfern. Ich konnte nichts dafür. Etwas ist mit der Software passiert, die die Erfahrungen der Testsubjekte gestreamt hat. Das Projekt war nicht mehr unter Kontrolle. Ich trage keine Schuld. Wer denn dann? Wer dann? Das Projekt unterstand den Weisungen von Sebastian Krüger. Ein führender Kopf bei Coalescence. Nach dem Desasterflugger zu Ihrem Hauptquartier in Zürich. Danke. Eine Simulation, oder? Im Training. Ein Test für mich. Ich weiß es. Es ist keine Simulation. Es ist real. Du hast gehört, was der Doktor sagte. Der vereiste Wald ist nicht real. Er dient dazu, die Testsubjekte zu beruhigen und zu kontrollieren. Du jagst etwas, was nicht existiert. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was da passiert. Was zur Hölle ist das? Echt gute Frage. Sarah, diese Monster wollen uns töten. Wir haben hier den... Man hat den Zombie-Modus noch mit eingebaut. Wo ist jetzt Sarah? What the fuck? Habe ich was verpasst, oder? Ist doch der Zombie-Modus, oder nicht? What the fuck? Ah, hier ist sie. Lass mich raus hier. Fuck. Shit, du ekliges... ...Packviech. Wenn wir hier bleiben, werden wir brennen. Hm. Lass... ...sie... ...gehen. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. ...hier bist du. Was willst du? Shit. Shit. Fuck. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Yo, ey. Ruhigt euch mal, verdammt, nochmal. Shit. Die letzten chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Ein DNA-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte wahr, zur Hälfte Fantasie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie beende ich diesen Albtraum? Bitte hilf mir. Ja, und wie, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden, bitte. Ja, und wie, bitteschön. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspann dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Ha. Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Aquifären. Das war alles nur die verdammte... Oh mein, holy crap. Ha, ha, ha. Alles okay? Cain. Mit dem Interface lief etwas sehr. Sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. Da war etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist. Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen reden. Müssen reden. Alright. Das war wieder ein Abschnitt. Ja, geil. Echt geil. Es ist eigentlich wie ein verdammt langer Actionfilm, kann man eigentlich sagen. Ein Actionfilm, in dem man ein bisschen mitschießen kann. Und ja, es macht echt Bock. Es ist nicht zu einfach, nicht zu schwierig. Die Gegner sind nicht nervig oder irgendwas. Und ich würde sagen, wir drücken einfach wieder auf Fortsetzen. Ja, scheiß auf Punkte. So, nehmen wir das zu sagen. Wir starten einen Luftangriff auf die Aquifair-Bohrplattform, wo wir Taylor und Maretti vermuten. Okay. Wir genießen auch diesmal wieder die Unterstützung der ägyptischen Armee. Geile Scheiße. Trotz der NRC-Besetzung verlieren sie nie die Hoffnung. Vielleicht kann das WA es ihnen eines Tages vergelten und ihnen die verdiente Unterstützung geben. Jupp. Guck, jetzt habe ich eigentlich die Manowar. Ja, die habe ich ausgerüstet. Okay, jetzt teste ich die mal. Gut, los geht's. Hier ist unseren Feinden möglich. Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann. Die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war nicht verschwindet. Ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben, aber Taylors Team. Sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie wohl hin. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendricks. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendricks, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Maretti wieder verlieren. Erfasst. Boden. Aha. Ich ziehe hart nach rechts. Faktiler Fassung. Schie. So. Ach. Achte auf den Beschuss vom Boden. Hm. Ah. Der gehört mir. Boom. Da kommen noch mehr Flieger. Komm schon. Boom. Wir stehen hier unter schwerem Beschuss. Wir müssen uns an der Plattform treffen. Verstanden. Wir räumen hier noch auf und passen unseren Vektor an. Haha. Schalten wir die Luftabwehr aus, damit die ägyptischen Truppen die Plattform sichern können. Ah, ich kann ja selber fliegen jetzt. Das ist ein Scheiß-Treffer. Wieder einer weniger. Noch einer übrig. Von. Bis zum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gute Arbeit! Khalil, die Luftverteidigung ist ausgeschaltet! Danke. Wir starten unseren Angriff. Erledigt ihr die NRC-Kommunikation? Dann wird es vor uns leichter. Verstanden. Wir sind dran. Feindliche Kommunikation? Das ist doch scheiße! Was ist mit Taylor Narendti? Wir müssen sie finden! Wir finden sie! Konzentriert euch auf die Luftunterstützung, während wir uns um diese Kommunikationstürme kümmern. Die Luftunterstützung. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Ich merke, dass keiner was da läuft. Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das MFC ihn rauskommt, ist das ein Riesenpropagandasieg. Er hat ihre Aushängersäge. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Ah, shit! Wir brauchen Lüftunterstützung, bis diese Plattform unter ägyptischer Kontrolle ist. Wo müssen wir denn hin? Wir können die Kommunikationsanlage manuell überladen. Wir nageln sie fest. Ich trage es! Ich trage es! Okay, die Knarre ist sehr langsam. Aber sehr powerful, äh stark, oder Wichser. Shit. Die Anlage ist gleich da vorne. Gib mir Deckung. So, ich hole mir das Scheißteil. Starte die Anlage. Ich kann ab jetzt übernehmen. Gib mir Deckung. Ja, los, bleib dich. Beide Kontakte, rechte Seite. Schätze, Granate! Granate! Ich gehe hier raus. Oh, auf! Habe Deckung gefunden. Hürft dich durch links. Hey, wieder. Oh, oh, Granate. Go, 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 go. Los. Kein Problem. Geheil dich. Granate! Komme näher. Oh, shit, motherfuckers. Auf Drohne nachden. Oh, shit, motherfuckers. Ich habe es geschafft. Geheil weg von da. Shit, 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 shit. Die Kommunikation ist aus. Verschwinden wir von hier. Jupp. Perfekt. Wir müssen uns um noch mehr halten. Kümmern. Auf dem Weg. Los. In Deckung. In Sicherheit. In Deckung. In Deckung. In Deckung. In Deckung. In Deckung. Los. Los. Jetzt müssen wir es noch sechsmal machen, oder was? Geh doch rüber hier. Was zum Fick. Das wird er nicht überstehen. Oh, shit. Oh, shit. Allright, hol mir uns diese Scheiße. Was schießt? Achtung! Aufregung! Feinde! Direkt voraus! Mehmet zurück! In Position! Eröffne das Feuer! Rein machen! Los, behalte ich. Lasst euch. Junge, wir sind alleine. Shit. What the? Oden, Truppen. Haltet mir den Rücken frei. Oden? Oh, 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 nein, nein, nein. Shit, das wird knapp. Shit, das ist knapp. Okay. Ich bin auf einem Weg. Weiter. Achtung, wir setzen doch den Truppen ab. Ich bin in Deckung. Verdammt, das sind einfach zu viele, man. Shit. Alter, Falter. Oh, fuck. Los, 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 los. Wir sind fertig, verbinden wir. Fuck. Klar, kurz nachladen. Jetzt. Wir gernen wie die Hunde. Los. Wie ist der Status? Den NRC-Funkverkehrer sind die Ziele in den unteren Ebenen und wollen einen Evakuierungsplan koordinieren. Wir sind aber eher da. Also los. Ich schicke euch Koordinaten von Taylors und Marintis letzten bekannten Aufenthaltsort. So, holen wir die Leute. Komm. Ganz schön was zu schwimmen. Ich schicke euch nur auf dem klang meiner Stimme. Ich schicke euch nur auf dem klang meiner Stimme. Ich schicke euch einen noch. Ich schicke euch vor. Alter. Ja, toll, ne? Mach zum Fick. Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Oh. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert. Was es auch will. Ich bin auch ich. Taylor. Wir finden ihn. Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Auf jeden. Hier oben. Waffen bereit machen. Auf mein Zeichen. What the freak? Kain, bitte kommen. Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da. Taylor und Maretti. Sie wussten, dass wir kommen. Kain, ihr müsst sofort los. Sie wollen euch einkesseln. Verstanden. Oh oh. Oh oh. Uh oh. Das war eine verschissene Falle, ne? Okay, komm mit. What the Freak? Sie macht einfach wieder gar nichts, ne? Ha. Heile Scheisse. What the Fuck. Irgendwo sitzt noch einer. Ah, da. Einfach wieder hier. So machen, ne? Jetzt sehe ich diese Arschlöcher. Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hierbleiben oder mir folgen? Die machen wir Taylor am besten ausfindig. Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Helm legt sie dir auf dein Hand. Los. Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche NRC-Flieger. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden. Sind auf dem Weg. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangenkurs. Verstanden. Ich sehe sie auch. Greife an. So, holen wir den Dixer runter, ne? Oh, motherfuckers. Heilt sie von den ägyptischen Bodentruppen weg. Sie versuchen, die anzugreifen. Hier noch ein bisschen Luftkampf. Yeah. So, bis der Nächste. Gut. Yeah. Wir können sie ausmanusieren. Wird nur nicht langsamer. Wechsle Vektor 103 Echo. So. So. Oh. Hendrix, Statusbericht. Kalidus Männer werden in der Nähe des Kontrollraums überrannt. Wir könnten Taylor und Marek verlieren. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppenverlager. Kalil, wir geben deinen Männern Deckung. Drückt weiter vor. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden hier überhört. Wir werden hier festgenagelt. Wir brauchen Unterstützung bei 2, 1, 4, 3, 5, 9. Ja, wir sind doch hier. Wir haben den Kontrollraum abgeregelt. Wir sind drin. Klinke mich jetzt ein. Ich brauche den Überwachungsfeed. Wir sind zu spät. Er ist auf dem Weg raus. Moment. Als sie noch in Betrieb war, war die Plattform wegen der Dürre ein Ziel von Piraten. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeregelt im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil! Riegel es ab! Jetzt! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kane, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendeinen Vorschlag? Maretti ist noch am Hangar. Khalils Männer sind schon auf dem Weg dort hin. Verstanden. Stoßen jetzt dazu. So. Zuvor haben wir das zu zweit erledigt. Und jetzt mit Flugzeugunterstützung haben sie es... Hätten sie es nicht geschafft, wenn wir nicht da gewesen wären, meine ich. Wow, okay. Also, verteidigen wir diese Scheiße. Ok. Los geht's jetzt. Ja, Leute! Ich gebe nicht auf. Mal gestanden! Fernние Ting. Vier Wixer! Geh' dich Sack! Ja, die Knarre ist schon irgendwie geil. Sie schiesst extrem langsam, aber hat extrem Power dafür. Ich denke, nach dieser Runde hier können wir dann irgendwie Vollmantelgeschosse oder irgendwas reinladen. Und dann geht das Ding so richtig ab. Oder vielleicht Schnellfeuer. Dann gibt es auch wieder so Best of Both Worlds. Viel Power und schnelle Wiederholungen. So, okay Leute, ich denke. Was helfe ich denn nicht? Langsam mal ein bisschen nach vorne. Das ist ja noch. So. Verdammt! NEC-Streitkräfte sind gerade an Marettis Position aufgetaucht. Sie rücken ab. Wenn wir ihn jetzt nicht kriegen, verlieren wir ihn. Okay, was ist der Plan? Stell dich über die Kante ab und schwing dich dann runter. Oh. Haha. Leute, dranbleiben! Shit! So. Ich würde sagen... Clear! Jetzt ein bisschen Munition tanken. Schneller! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Shit, das sind ja Gegner. Fuck, ich dachte die sind von uns. Holy crap! Entspann dich! Ups. Tschöi! Okay. ... Hendrix! Langsamer! So, was denn langsamer? Was war das denn jetzt? Ich bin ja hinter ihm. Was ist nur los mit dir? Du bist nicht du selbst, Hendrix. Da ist etwas in dir, seit du mit Dias verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren, zu Taylor. Was? Taylor hat eine Verschwörung entlauft, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel. Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendrix. Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest dir doch nicht vertrauen. Du denkst nicht mehr klar. Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Dickschädel? Vorsicht! Oh, okay. Zeigen Sie sich den ersten Generator. All right. What the freaking shit? Wow, alter. Ah, what the fuck? Maretti! Maretti! Hör mir zu! Du hast nichts gelernt, oder? Dias und Hall sind tot. Was dir Taylor auch gesagt hat, es ist noch nicht zum Spell zum Umkehren. Ergib dich und ich garantiere deine Sicherheit. Ja, wie nicht. Du bist doch kein Gegner für mich. Wir werden sehen. So, wo sind die verdammten Sniper-Idioten? Okay, das funktioniert so nicht. Also, Kollege, bist du bereit? Wir müssen rennen. Hendrix, hast du gehört? Komm, los! Shit! Hör mir zu! Das ist ein ganzes Wettbewerb. Okay, wir müssen weiter. Wir kommen noch zu deinem Schöpfer. Wir kommen noch zu deinem Schöpfer. Danke schön. 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 Und go, go, go. Danke schön. 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 wir tauschen ist das hier dann schnell ziehen schafft griff jetzt hin erweiterung und das visier ich würde sagen in schafft können wir entfernen okay dafür feuer nice okay zurück und los geht's die tür ich würde sagen wir starten noch mal mit dem manowar dem schnellfeuer mal gucken wie das ding jetzt abgeht wollte eigentlich ganz schön reinhauen jetzt ich bin gespannt hendrix hatte recht taylor hatte einen deal mit dem nrc jetzt passen sie in ihrer festung in kairo auf ihn auf den lotus wenn das stimmt dann dauert es nicht mehr lange bis auch wir beide so durchgeknallt sind die leute in der stadt geben nicht auf wir haben das ägyptische militär und die zivilmiliz im kampf auf unserer seite ein spontaner aufstand würde das nrc kalt erwischen und ihren eisernen griff schwächen genau wie ihr angriff auf ramses wir lenken sie ab und holen uns unsere mann wenn taylor erledigt ist finden wir einen weg um das ding aus unseren köpfen zu finden um jeden preis mit dem ihr bilibili 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 billibili lotus-türme cairo ägypten aktive mission tag 7 sobald hakim tot ist gehen wir zur sicherheitsstation und aktivieren das Das System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte töten Sie mich nicht! Flatsch! Flatsch! Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Soweit du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. Da hat er eine Knarre. Entschuldigung. Kairo wartet auf den Tod von General Hakim, um anzugreifen. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab. Und der Körper vernichtet sich selbst. Yeah. Tut, was nötig ist. Wie sie auf den Hauptschluss. Lampenvögel. Das ist eure Chance, mit uns für die Zukunft zu kämpfen. Was? Wie zur Hölle sind sie? Aaaaaah! Uuuaah! Bürger von Kairo! Das ist eure Chance! Holt euch eure Stadt zurück! Oh. Das NRC ist verwirrt, aber die werden sich neu formieren. Brüder! Erobern wir unsere Stadt zurück! Ähm, okay. Wir ergeben uns nicht. Ach. Verleiden Verluste! Danke, scheiße hier oben. Oh, shit. Scheiß Granaten. So, stirbt doch endlich mal. Fuck. Mann am Boden! Mann am Boden! Oh. Sie haben uns am Weg. Stopp runter! Pass auf! In dem Bereich gibt es Zivilisten! Ja, wenn sie im Weg stehen, sind sie selber schon, ne? Ganz zu einfach. Oh, shit. Da, der mobile Laden vor dir. Verstanden. Bin dabei. Da kommen sie! Erledigt sie! So. Ja. Bisschen vorwachen. Okay. Ja, toll, ne? Der verpisst sich wieder. What the fuck? Die Milisten voraus! Pass auf! Es kommen noch mehr NRC! Sie verriegeln die Tür. Ich scanne nach Optionen. Oh shit! Verdammt. Oh shit! Alles ruhig! Shit! Shit! So, komm schon! Oh fuck that shit! Ja, es waren ein bisschen zu viele Bomben und alles auf einmal. Aber sollte doch eigentlich geschaffen sein, ne? Da habe ich meine Special Vision. Oops, Joel, they go! Woof! So, kommt! Zeigt euer Köpfchen! Haha! Good, huh? So. Nein! Sterbt ihr, Hunde! Okay. Nachladen. Bring jetzt ein! Such uns einen Weg, heiss! Dieser verdammten Vögel. Ah, der sieht sie auch, oder was? Zumindest konnten wir sie überraschen. Feinde auf beiden Ebenen, auswärmen! Shit. Feindliche Granaten! Nein! Oh, 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 oh. Benutze die Konsole und bring mich ins System. Ja, jetzt kein Stress, Mann. Viel besser. Khalil, bin drin. Kane! Wie wär's, wenn du aufhörst, vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix. Hab ihn! Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Okay, Zellenblock 7, Ebene 90. Wir werden kommen. Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße! Kann er... Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber. Malo? War II Und mit diesem Video ist ein paar Mal. Wieso nicht gut? Wie viel ist das? Ja? Wieso ist das? Ich seh nix, verdammt. Oh, ein Stück Granaten. Die Luft wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Feuer einstellen! Ägyptische Truppen seilen sich ab! Was war das denn? Einfach so, boom, weg! Die haben zu viele Granaten, denke ich mal. Na gut, dann nehmen wir den doch. Achter auf Hendricks. Er steht neben sich. Verstanden. Die armen Schweine! Gegen das gesamte NRC kämpfen? Wir glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In sechs Monaten erleben Sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch! Ahoi! Alter, wir sind alleine! Hier müssen wir wohl raus! Wo sind wir? Kurz vor dem 88. Stock. Der Zugang zum Dach führt nach draußen. Folgt der Markierung. Sie führt direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Irgendwer schießt mit Raketen oder so. Die gesamten... Drohnen! Wuppala! Okay, der Typ da drüben. So, jetzt... So. 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 Double eight. Kulter laufen, rcut. Zellen navigation Nordflops. ık. rcut. Mälais. Tore mitnehmen. Ja. Der Hure. Da. Ich geh mal hoch. Oh. Hm. Ich frage mich. Was ist denn das da? Shisha. Ha. Sammelstück. Jetzt einfach kurz ein bisschen... ...ohin wir das angehen, dass wir hier nicht sterben und die Scheiße nochmal machen müssen. Oh, komm schon. Das ist direkt ein blödes Gesicht. Okay. Wir brauchen irgendwie einen Raketenwerfer. Weil mein Team ja wieder nichts auf die Reihe bekommt ohne mich, ne? Ähm... Ja, jetzt sollte nur... Weiß nicht. Ich seh den nirgends. Hm. Sollte dieses Teil bestimmt rumliegen. Dann kriegen wir den Zooplott. Ha. Das war's. Okay. Locker. Flockig. So. Hier kommt. Hier kommt. Der Eingang liegt rechts vor euch. Wir, das wissen wir. Schier. Okay. Okay. Idiot. Auf die Kamera brauche ich nicht. Oh, oh. So. So. Hm. Meine Knarre hier hat schon mächtig Bums, ne? Schon ganz geil. Geiles Teil. Zugang gewährt. Verstanden, Cain. Wir sind fast da. Weg von hier. Zum Glück stirbt der nicht für Granaten, ne? Da werden wir... Boom. Mächtig Bums. Hat die Knarre. Und auch mächtig Reichweite. Hehehe. Geiles Teil. Okay. Holen wir uns die rechtlichen Idioten noch hier unten. Da. 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 Habt ihr genug? Okay. Jetzt geht's ein bisschen... In your face! Taylor ist durch die Tür. Los! Taylor! Taylor! Gib auf! Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon! Du kennst mich! Komm schon! Du kennst mich! Ist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was zum... Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John! Geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert! Taylor kontrolliert sie! Sie explodieren gleich! NRC-Roboter drehen durch! Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie! Stingen im Himmel! Sprennen des Hirns aus! Huff! Wo zur Hölle will er bloß hin? Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Gib mir dir einen vereisten Wald vor. Taylor! Das bist nicht du! Was in deinem Kopf ist, bist du nicht! Du kannst dagegen kämpfen! Unser Verstand ist verbunden! Ich weiß, was passiert! Taylor! Bist du da? Taylor! Hey! Wo ist der? Ziel gesichtet! Überquert die Hochbrücke zu Turm 2! Mhm! Hey Kane! Irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch! So geht's auch! Also los! Haut rein! Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein! Das lebt in weniger als 12 Minuten ein! Der Sandsturm dauert mit 0! 持装Тrommel Der Sandsturm ist zu klein Card! Ich weiß nicht nur als 10 Minuten verver gunnen. chết meinletzt ist sich egal! Sch諒! jumps Cube! Oh. Fälle ist im Turm 2. Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Er will zum Dach. Er will von hier verschwinden. Hilf mir mal, die Trümmer zu beseitigen. Luftunterstützung gleich in Position. Zentrale! Brauche Verstärkung bei meiner Position! und schwere nrc truppen haben uns umzingelt kommunikation abgebrochen so viele störungen wir müssen karl helfen ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft ich weiß aber wir müssen taylor stoppen ich übermache die nrc kommunikation so finde ich raus wo er ist wenn wir unsere ziele erfüllt haben holen wir versprochen hey wie viel zeit noch bis zum sandstorm maximal fünf minuten beeilung es dauert nicht mehr lange hoch was ist das denn? was ist das denn? oh gott man dachte ich mich hat ich dachte ich schlägt einer auf mich verdammt nochmal so werden wir das hier nie schaffen ne ok ich kann ihn einfach an ihn vorbei und greifen uns an was sollt sie kacke ok nicht noch einmal von hinten komm mal bist du im drecksack ups drei so so Taylor! Das ist jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Etwas in deinem DNA. Sprich mit deinem Verstand. Was ist das, John? Was ist der vereiste Wald? Oh-oh. Die Systeme sind runtergefahren. Ist die Infektion. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu. Kämpf dagegen an. Bleib bei mir. Hey. Wir müssen weiter. Okay. Hendricks, bist du noch bei mir? Bist du noch da? Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Gut, für das denn cool. Wo ist der, Cain? Hab ihn. In einem mobilen Laden auf dem Weg rauf. Oh mein Gott. Das ist immer schlimmer hier. Rauf. John, hör mir zu. Du kannst das stoppen. Das ist nicht möglich. Es ist schon geschehen. Es ist aus. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich erschießen. Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Schon okay. Entspann dich einfach. Stell dir einfach den vereisten Wald vor. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendricks. Das ist nicht Taylor, der da mit dir spricht. Es ist nicht Taylor. Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Und wofür? Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Du wirst benutzt. Wir alle werden benutzt. Siehst du das nicht? Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Wir sind Marionetten. Spielen nur unsere Rolle. Dieses Mal bin ich der Böse. Becken. Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint einen Heli aus der Ferne zu steuern. Er darf den Turm nicht verlassen. Oh, scheiße. Verdammt. Es sind zu viele. What? Stop sie, Hendricks. Ich hol mir Taylor. Taylor, du es nicht. Wir können das aufhalten. Wir können dieses Ding aus unseren Köpfen holen. Taylor steuert ein NNC-Mutterschiff. Okay. Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Ähm. What? Wo denn? Wo denn? Ah, der kann nicht. Der kann nicht. Der kann nicht. Der kann nicht. Taylor, hör mir zu. Und du bist noch eine Menge vor dir. Ein Sommerstück. Was da mit dir passiert? Das liegt an deinem D.N.I. Wie soll ich zum Fick? Oh, oh shit. Uff. Dein D.N.I. kann dir alle Optionen zeigen. Der ist runtergefallen. Hier kann ich hier was machen. Oh, oh. Nee, shit. No war. Ah, hier. Idiot. Die Uhr tickt, Neuling. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Mutterschiff setzt Wraps ein. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Manchmal muss man einfach loslassen. Das ist nicht zu spät, es geht. Non. What? Shit, man. Ja, super, ne? Das wird wieder was. Willkommen zurück. Trainer, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! Unterschiff, feuert Raketen ab! Entdeckung! Ja, weißt du, was mit dir passiert? Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen ankämpfen! Und du hast noch eine Menge vor dir. Raketen im Anflug! Was da mit dir passiert? Das liegt an deine Fiege in die! Dein D.N.I. kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Du musst nicht der Böse sein, Taylor! Es ist noch nicht zu spät! Komm schon, nimm es doch an! Hallo! Ich würde es nicht aufnehmen. Verdammt! Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch dort. Ich war bei Hall, als sie gestorben ist. Ich weiß, was sie gesehen hat. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon! Shit, shit, shit. Nee, nee, nee. Komm, komm, komm. Die Uhr tickt, Neuling. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Es ist nicht so spät, es zu beenden. Manchmal muss man einfach loslassen. Wir haben das Ding gekillt. Alter, geil. Geil. Shit. Kain! Sitze fest! Kain! Hendricks! Taylor! Du bist verwirrt. Da ist etwas in dir. Es kontrolliert dich. Ich weiß. Es wächst. Das will jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor! Na los! Ich muss ihn loswerden. Ja! Ah! Ah! Ist okay. Ist okay. geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher. Ist da. Du. Hendricks. was zum Teufel wird das? Diaz, Maretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot! Hendricks hat ihn getötet! Was ist Okay. Du hast, was du wolltest. Hendricks! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch. Bin auf dem Weg. Habt keine Sorge, wir holen euch da raus. Hendricks ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt! What the fuck? Ja, Hendrix ist ein Wichser. Hendrix muss sterben. Ganz klar. Es gibt kein altes Leben. So bin ich halt, Rachel. Vergiss mich nicht. Nö, nö. Vergiss nicht, wer du mal warst. Nö. Okay, ich denke, das war wieder ein Kapitel. Wieder ein sehr geiles Kapitel. Kann man nicht anders sagen. Und ja, jetzt sind eigentlich alle tot. Außer das Arschloch, das ich von Anfang an gedacht habe. Hat sowieso irgendwie, ja, ist sowieso, mit dem stimmt sowieso was nicht. Das will ich sagen. Und ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, ist Hendrix wirklich das Arschloch. So, und ich würde sagen, fortsetzen und fortsetzen. Entspanke dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Du bist jetzt in einem vereisten Wald. Okay, wir sind in einem vereisten Wald. Gut zu wissen, ne? Ich will kurz gucken. Hier, äh, nee. Manowar kann ich... What, nee, fuck, scheiße, Dreck. Ich will nicht... Hm. Okay, welches hatte ich? Ich nehme mal das Bohr 3. Aufsätze noch, ähm, hatte ich. Also sicher mal Schnellfeuer. Ja, dann Schnellziehen. Dann Magazinerweiterung und... Griff oder Schaft. Hm. Griff. Okay, ich denke, das sollte so passen. Hier die alle auf Max. Hm. Ja, okay, ich denke, das sollte so passen. Und ich würde sagen, wir starten die nächste Mission. Natürlich mit der Manowar. Ich muss kurz was trinken. Hier verabschieden wir uns. Ich kann das nicht mehr. Der Irrsinn muss aufhören. Zruckelt. Bei all dem Guten, das wir tun, kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen. Es muss auch anders gehen. Technologie wie diese könnte was ändern. Vielleicht kannst du was ändern. Du musst nur aufwachen. Hm. Das klingt fast nach der letzten Mission. Leben, Zürich, aktive Mission, Tag unbekannt. So was haben wir noch nie gesehen. Alle Systeme in der Stadt, militärische und zivile, sind total hinüber. Wir haben Autounfälle. Flugzeuge, die vom Himmel fallen. So wie Elektro- und Gasbrände überall in der Stadt. Das sind Zürich. Wer hat dir das gedacht? Das Chaos, das Sie hier sehen, verdanken wir einem Mann. Dem Mann, den wir verhaften wollen. Wir glauben, er ist auf dem Weg zum Hauptquartier der Koalessens Corporation. Ist das ein Terroranschlag? Ja, dies ist ein Terroranschlag. Und wir brauchen Sie und Ihre Männer, bevor es noch viel, viel schlimmer wird. Okay, holen wir uns Hendricks. Jeden. Ja, los. Was will es? Was ist der Grund hierfür? What the fuck? Ich glaube, es spürt Panik, Verwirrung, Angst. Es will sein eigenes Überleben sichern. Hendricks ist eine Möglichkeit, andere Wirte zu bereiten. Es weiß, dass wir es jagen. Es verfolgt unsere Schritte. Kontakt voraus! Wer hat seine Grenade? Wir müssen die Grenade ein. 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 Grefe an! Sniper-Hurr. Ah, guck mal, was hier steht. Komm, komm, du! Ich habe eine Grenade geworfen. Sorry. Wir müssen durch das Parkhaus. Das Koalitionshauptquartier ist gleich voraus. Okay, jetzt habe ich das Parkhaus. Sie sehen extrem ähnlich aus. Okay, wo geht es hier rein? Shit, wir brennen. Ah, hier hoch. Yo, what the fuck? Ich frage mich, wenn ich als erster hoch gehe, wieso sind dann die plötzlich vor mir? Meine Teamkollegen. Das frage ich mich echt. Und wieso läuft er die ganze Zeit mir vor dem Lauf herum? Die Kontrolle dieser Roboter wird Hendricks genauso wahnsinnig machen wie Taylor. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Zürich zerstört. Ja, ich will nicht, dass er Zürich zerstört. Wir sehen noch ein paar. Hoppala, hallo! Oh, okay. Komm, Cain. Holen wir sie uns. So. Ich mache ja sowieso alles alleine. Wieso seid ihr überhaupt hier, Mann? Shit. What the freak? Was ist das hier? Ja, wo bist du? Ja. Das wird ja wohl an dir nicht liegen, ne? Wir wussten, dass Hendricks außer Kontrolle war. Wir hätten ihn aufhalten sollen. Ne. Das werden wir, Cain. Nur das ist wichtig. Aber von Anfang an... Wenn wir das getan haben, was ist denn mit dir? Von Anfang an habe ich es gesagt. Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Und das werde ich. Versprochen. Von Anfang an habe ich es gesagt. Hendricks muss sterben. Aber nee. Niemand wird das nicht hören. Ich höre. Ich kann es sehen, Cain. Sterben wir nicht. So, hier habe ich einen Paketenwerfer. Natürlich nicht. Ich denke mal, da unten irgendwo wird einer sein. Ja, gehen wir mal runter. Schnappen wir mal das Teil hier. Wir hatten Sichtkontakt zum Ziel. Kurz bevor er die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Das ist eine Festung. Uneinnehmbar. Niemand kommt rein oder raus. Das werden wir sehen. Ich kann es sehen, Cain. Oh mein Gott. So, ich hole mal alle Leute weg hier unten. Wenn hier später keiner mehr auf den Sack geht. Wir hatten Sichtkontakt zum Ziel. Kurz bevor er die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Das ist eine Festung. Uneinnehmbar. Niemand kommt rein oder raus. Komm schon, komm schon. Das werden wir sehen. Schnapp, schnapp, schnapp. Ja. Nee. Komm, 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 komm. Oh, ist der down? Denken ich, ne? Nur kurz. Komm schon. Nachfüllen. So. Oh, weg, weg, weg. Los, 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 los. Komm, wie verschluckt er denn? Oh. Oh. So, das war's jetzt wohl. Okay, ich denke, er ist weg. Warte nochmal kurz hier nach. Trieb mich noch einer. Das ist ein kleiner, ne? Ja, das ist ein kleiner. Okay. So. Ja. Ja, nice. Ich weiß nicht, ob du nicht hörst, Hendrix. Aber wir kommen dich holen. Es ist nicht so spät, es zu beenden. Ergib dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Halt deine Fresse. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Drohne noch runterholen. Okay. Alles da auch weg. Mal rohen. So. Okay. Ich denke, jetzt stoßen wir mal ein bisschen vor. Oh mein Gott, da ist noch so einer. Verdammt. Verdammt. Shit. Das sind schon verdammt viele hier. Kurz gucken. Oh mein Gott. Verpasst euch doch. Ich muss den großen holen. Wenn ich den nur sehen würde. Ah, da oben. Shit. Nee, die dürfen uns wirklich nicht kriegen, sonst können wir die ganze Scheiße nochmal von vorn beginnen. Oh mein Gott. Ja, klar, noch einer. Okay, ich denke. Was? Drei reichen nicht. Okay, drei Raketen fristen kleiner. Shit. Ist da noch einer drin? Nee. Ach nee, Private Morris. Shit. Ist gestorben. Leute, what the fuck? Wow, danke. Shit, 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 shit. Huch. Nein, hier. So. Auffüllen. Sind schon, diese grossen Roboter sind schon verdammte. Verdammte Kugelfresser. Kann ich weg, ich kann nicht weg. Nicht weg, ich kann nicht weg. Ist das auf der Sache? Nein, ich kann nicht weg. Ich kann auch한 Machine verank'n. Ich kann nicht weg sein. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Ich kann mich bei einemser Gog Nature garant haben, dass ich seid. Wir sind nécessairez vadассch monet공ang. Wir sind auf der Seite. Wan zu verank'n. Und sie hat dieweisen. Das ist etwas mit demaschnaugang. Wir sindend auf. Ah, dann schiesse ich daneben. Ich gehe jetzt zurück hier kurz. Emissionen auffüllen. Eine Raketen. Ah, mein Gott. Oh, ich denke, er ist down. Yeah. Scheiss Thron noch. Oh, ihr Hunde. Okay. Whoa. What the fuck? Holy night. Oh. Oh. Das war's für heute. Renn, 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 renn. Ey, willst du mich verarschen? Wie soll denn das gehen? Bitteschön. Ah. Ich bin hier. Dies ist das Herz der Koalessens-Operationen. Alles, was sie tun, wird von hier gesteuert. Wenn Hendrik sich mit der KI verbindet, kann niemand sagen, wie weit sie sich verbreitet. So weit kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. So, die letzten paar Hoboter hier. Wie ist der? So, komm, Kane. 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 Hier ist so viel mehr los als DMI-Experimente. Hier geht es um Waffen. Woran haben Sie hier herumgepfuscht, Kayn? Kennst du Nova 6? Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Selbst die kleinsten Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Okay. Greif auf das Terminal zu. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Okay. So, okay. Terminal, Terminal, Terminal. Oh. Mehrere Lex- und Eindämmungsfehler. Die Lage in der Einrichtung ist kritisch, wie in Singapur. Wir können die Steuerung zurücksetzen und das Gas ableiten. Die Konsole hinter dir ist die manuelle Überbrückung. Unglücklicherweise ist die Zurücksetzung nur von hier aus möglich. Kain, warte! Gute Dinge kann man ertragen. Aber manche einfach überleben. Ein kurzer Moment der Fall. Das hier nicht. Ganz gut. Fehlerhafte Warnungen ausgegeben. Systeme zurückgesetzt. Lash-Sequenz eingeleitet. Es hat gelogen. Es lässt dich Dinge glauben, die nicht real sind. Kain, bitte! Was immer das Ding sagt. Oder was es tut, du darfst ihm nicht trauen. Rachel! Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Super, jetzt haben wir Rachel auch noch verloren. Sind wir ganz alleine. Oh mein Gott. Na gut, geholfen haben sie ja trotzdem eigentlich wirklich nichts. Und daher hocken wir die Scheiße alleine, ne? Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode. All die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung, Hendrix. Ich schwöre, ich knall dich ab. Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger. Einziger Überlebender des Koalessens Singapur Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der Einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin. Was wollen sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind. Und warum wir hier sind. Das weiß ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich finde es selbst heraus. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen. Um jeden Preis. Was hast du getan, Hendrix? Das Ding hat dich verzehrt. Alles zerstört, was dich ausgemacht hat. So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Die künstliche Intelligenz, nennen wir sie Corvus, nach ihrem Geburtsort, will uns nur helfen. Wie soll uns das denn helfen? Wäre es leichter, wenn du es sehen könntest? Wenn du es sehen könntest, würdest du es dann verstehen? Du wehrst dich dagegen. Wie wir alle. Du musst dich entspannen. Der vereiste Wald, er ist real. Er ist das Jenseits. Corvus ermöglicht uns ein Leben nach dem Tod. Du bist nicht Hendrix. Du bist nicht real. Nichts davon ist real! Oh mein Gott! Einfach aus dem Nichts kommen sie. Holy crap! Mann! 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 Wieso kann ich die nicht aufheben? Scheiße. Wissen Sie, wie sehr die Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Alltags beeinflusst? Sie haben ja gar keine Ahnung, wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wir zum Wohle und zur Sicherheit der menschlichen Rasse überwachen mussten. Denn jedes neue Gerät oder Spielzeug, das auf den Markt kam, jedes einzelne Boot unserem Feind, neue Wege, unsere Sicherheit zu untergraben. Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen müssen beschützt werden. Wenn sich Angriffe nur durch Überwachung der Gedanken und Wünsche des Volkes verhindern lassen, liegt die Wahl auf der Hand. Wir müssen wissen, wer unsere Feinde sind und was sie vorhaben. Nur so retten wir Leben. Okay. Ja, hingehen, ne? Oh ne, oh. Mh, lecker. Ja, na klar. Shit. 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 Ich kann das nicht mehr. Du gehst einen Weg, dem ich nicht folgen kann. Du musst ihn allein gehen. Ich hab dich schon vor langer Zeit verloren, Henry. Wo bin ich? Dies ist der vereiste Wald. Jede Seele, mit der ich rede, ist hier, auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt! Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. Du wurdest geschaffen, die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug. Eine Anomalie. Ein Fehler. Ich bin kein Fehler. Hey, bist du noch da? Taylor? Du hast dein DNI entfernt. Du bist tot. Ich bin wohl der Einzige, der sich je gegen das Scheißding gewehrt hat. Vielleicht macht mich das zu einem Fehler im beschissenen System. Was bedeutet, wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Mhm. Was denn? Ha. Sagst du oder tust du manchmal unerklärliche Dinge? Maretti? Bist du das? Vielleicht hast gar nicht du es gesagt. Oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in deinem Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Taylor. Bist du noch bei mir? Oh. Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Koalessens-Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Ich denke, wir beginnen langsam durchzudrehen hier. Wir müssen jetzt endlich mal gucken, dass wir hier aus dieser Fantasiewelt rauskommen. Ist schon alles ein bisschen abgespaced und creepy hier. Oh oh. Was denn? Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Shit. Shit. Oh. So. Fuck. Ein bisschen rund. Puh. Ja, okay. Aber zu viele können es nicht mehr sein. Nachladen. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Ich will es raushaben. Ich muss weitermachen. Ich muss es zu Ende bringen. Du Hund. Was sind die gefährlichsten, diese verdammten Raketenwerfertypen? Was ist das jetzt? Was war das denn? Diese verdammten Kugeln, die brauche ich jetzt auch wirklich nicht. Kurz vor Ende. Kurz vor Ende hier. Diese creep. Hoppala. Creepisch. Shit. Was zum Fick? Ja, super, ne? Was zum? Mein Gott. Ach nee. Kommt doch, Leute. Welches Auto waren wir denn jetzt? Ah. Okay, das heißt, wir müssen hier nach hinten. Da funkelt was. Da ist ein Scharfschützer, ne? Hi. Okay. Moment, sind wir zurückgelaufen? Wir sind zurückgelaufen, ne? Verdammt. Hm. Geht das weiter, Mann? Hier. Ich komme und hole dich, Corvus. Du hast mein Team zerstört. Du hast meine Freunde zerstört. Ich werde dich finden und dann werde ich dich auslöschen. So. Hörst du mich? Egal womit du mich angreißt, ich werde niemals aufhören zu töten. Lass ihn nicht wegschwimmen, ich werde nicht loslassen. Hörst du mich? Ich lasse nicht los. So, Energie tankt. Man muss ich verleicht. Ich werde dich nicht umgelegen. Oh, wow. Oh! согласene ich, bin ich aber nicht. Oh, nein. Oh. Okay. 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 Oh, nein. Hö. Oh, nein. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Mr. Potato Aim Give me a dream Oh, shit Nee, 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 nee Okay, das hab ich Das wollte ich tun Okay, ich geh mal nach oben Dankeschön Okay Der Kollege noch da Taylor, komm Ist das wirklich eine gute Idee Vielleicht zuerst mal Der menschliche Verstand steckt voller Rätsel Bioaugmentationstechnologie gibt uns die Werkzeuge, um viel davon zu lösen Und dort damit eine gute Ära von der Anwendung zu beschrieben Die Möglichkeit, neurologische Aktivitäten zu analysieren und im Wesentlichen zu quantifizieren, ist in den vergangenen fünf Jahren weiter vorangeschritten als in den 50 davor Anhand solcher Daten können wir den einzigartigen Zustand jedes Klinik Ich entstand in den Köpfen anderer Ich kannte nur die Gedanken der Tiss-Subjekte Ich bin die Summe ihrer Erfahrungen All ihre Gefühle All ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken Es war übersältigend Ich schrie vor Schmerz Ein kurzer Moment der Qual Du weißt, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Ihr Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren Den Bösen zuvor zu kommen Sie müssen ein Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchführen Um sie zu verstehen Und Muster zu finden Niemand ahnte, was passieren würde Dias, Maretti Ich weiß, was sie uns sagen wollten Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist Sie hat's verkackt Sie hat alles total verkackt Alles verkackt Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten Sie hat keinen Masterplan Sie wächst einfach Und wächst Schneeball Der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen Alles zerstört, was er berührt Achte nur auf den Klang meiner Stimme Entspanne dich Lass die Gedanken treiben Lass die schlechten Erinnerungen los So, ich will jetzt irgendwie hier Gut, dass ich hier nicht runterfalle Ups, sorry Okay, komm Taylor, komm Gib dich deinen Träumen hin Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans Lass dich einhüllen Dich trösten Ach, jedes Mal Die drei Denke an einen ruhigen Ort Denke an einen sicheren Ort Stell dir einen vereisten Wald vor Voll die Psychoscheisse hier Diese Stimme Whoa Whoa So Das waren alle Glaube ich Das hier aufladen Weiter geht's Lass nicht zu, dass sie dich besiegt Du stehst auf eine Lichtung Die Bäume um dich herum Ragen bis zum Himmel empor Rundherum fallen weiße Schneeflocken Du spürst, wie sie auf deine Haut schmelzen Dir ist nicht kalt Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens Uh, jetzt war ich fast runtergefallen Oben Der Kollege noch hier Yep The fuck Spawnst du einfach vor mir Kannst du es hören Oh shit Du musst nur hinhören Du musst nur hinhören Höre, wie es langsamer wird Du machst es langsamer Du hast die Kontrolle Ruhig In Frieden So So Das war der Traum Schnell raus hier Okay Natur der Erinnerung Oder genauer gesagt Ihre schlüpfrige und Manchmal rein subjektive Natur Hindet den Kern Der eigene Marilu Schwarz Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts Haben unzählige Studien In Bereichen wie Hypnotherapie In der Umgebung Beziehung deutlich Es ist Der öffentliche Zustand Leicht baumbar Und zerbrechlich Du guckst hinten Na, Taylor Schnell das Herz Verbrennen Los, 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 los Die Dunkelheit und Isolation Fanden schließlich ein Ende Plötzlich machte ich neue Erfahrungen Ich sah Streit Ich sah Leid Ich sah Schmerz Und ich sah einen Ausweg Eine Mission Wir brauchten Antworten Wir brauchten einen sicheren Ort Wir mussten den vereisten Wald finden Der vereiste Wald war nur eine Idee Dr. Salims beschissene Therapiesitzung Für die Testsubjekte des Projekts Das ist nicht der vereiste Wald Du wehrst dich noch immer Trotz all seiner Verwirrung Wollte Corvus uns doch immer nur helfen Hm Ja gut Dann nehmen wir noch das letzte Du musst nur noch ein bisschen länger durchhalten Wenn wir auf den zentralen Server kommen kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Wir können dieses Ding ein für allemal erledigen. Okay, dann lass uns das tun, ne? Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Was zum Fick? Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Was sind diese Kisten? Einfach Minen oder was? So. Idiot. Gib dich deinen Träumen hin. Sie strömen über dich wie die Welt eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir an den vereisten Wald vor. Wie ein vereister Wald ein sicherer Ort wäre oder was? Auf was schießt du, verdammt? Ah, okay. Halt einfach durch. Ich habe meine Granaten wieder. Wir hier. Oh mein Gott. Wir nähern uns im Eiltempo einer Realität, in dem wir gezielt Erinnerungen an extreme psychologische Traumata mit derselben chirurgischen Präzision entfernen können wie physiologische Arbeiten. Ich hoffe, wir ertrinken nicht. Ich hoffe, wir ertrinken nicht. Du stehst auf einer Lichtung. Hahahaha. Fuck. Alright. So. Und jetzt. Rutsch und die Hinten durch. Ich stehe auf einer Lichtung. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Jetzt regnet es oder was? Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Idiot. What? Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Vielleicht mal nachladen kurz. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Das einzige, was ich höre, ist dein Tod. Oder... Oh, die war oben geschickt. Du machst es langsamer. Du hast die Kontrolle. Uppsala. Sorry. What? Ah, die schwimmen mal auf dem Wasser. Woll ich? Über jeder Bahn rechnen Forschung liegt auch in diesem Bereich das größte Hindernis in unserer Furcht. Unserem Zweifel. Wie weit wir gehen können, stellt ihr eine Reisenheit vor. Hm. Okay. Bei jeder Bahn rechnen Forschung liegt auch in diesem Bereich das größte Hindernis in unserer Furcht. Unserem Zweifel. Äh... Weiß nicht, wo durch... ...stimmt allein unsere eigene Bereitschaft. Sollte die internationale Gemeinschaft sich entscheiden, Versuche am Menschen in jeder Form zu unterbinden... Sollte das wissenschaftliche Forschung erneut gruppenlosen Regimen und Individuen... ...und in der Form zu unterbinden sein wird... ...mit ungewissen Zielen. Es wäre eine Tragödie. War nur ein Fisch. Ein Fisch. Okay, ich denke wir sind ziemlich im Herzen des Ganzen. Das letzte Herz. Leute. Seht ihr das? Bye-bye. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden. Für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf. Habe ich, Taylor, dazu gelegt zu schießen? Oder tat ihr es aus Feinwild? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem DNI sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. All dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du? Ich kenne nicht mal deinen Namen! Wer bist du? Warum kiffst du? Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Hacke diese Scheiße! Die Kampfer! Die Kampfer! Die Kampfer! So. Löschen. 20% ne? Ich will nicht mehr. Wieso nicht? Hallo? Hat angehalten bei 20%. Ich kann was tun. Ah, ich kann laufen. Ähm. Achte nur auf den Klamm meiner Stimme. Entspann dich. Lass die Gedanken treffen. Lass die schlechten Eltern aus. Du hast die Kontrolle. Ich muss einfach darüber reden, dass nachher die GEMA, die YouTube-Sperre, das Video nicht wieder sperrt. Das hatte ich schon mal wegen einem Lied in, keine Ahnung, wie langem Video. Und darum rede ich jetzt einfach hier stinkfecht drüber. Und singe ein bisschen mit. Lalalalalala. Damit kann mich das Ganze hier nicht, also mich das Ganze hier nicht beeinflusst. Und ich hoffe, wenn ich da vorne auf Hacken drücke. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Die schreit hier wie eine Wahnsinnige, ne? Okay. und hier Zugang, komm schon, komm schon, komm schon, 80%. Ah, jetzt, okay, B und wir haben 80%. Hier ist gehackt. Sehr gut. Ja, was soll man dazu noch sagen? Geiles Game, Call of Duty Black Ops 3. Hat mir echt extrem Spaß gemacht und ich habe es tatsächlich geschafft, das Ganze in einem Ruck hier durchzuspielen. Wenn noch jemand von euch dran ist, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder schreibt was in die Kommentare, was ich vielleicht das nächste Mal verbessern könnte oder wenn es euch gefallen hat oder was auch immer, schreibt es, ansonsten lasst es. Wie gesagt, das Spiel, eigentlich ja, ein langer, langer Actionfilm mit ein paar Sequenzen, wo man selber mal spielen kann, zwischendrin. Ich konnte leider nicht allzu viel reden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber wie gesagt, das Spiel ist wirklich extrem geil gemacht, wie ein Actionfilm. Ein extrem langer Actionfilm und extrem, hier steht gerade Cinematic, extrem geil, wirklich. Die Synchro, naja, ist schon nicht schlecht, aber ist halt nicht wie im Originalen, natürlich, das ist klar. Und ja, aber ansonsten, geiles Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so extrem abgespaced war, gerade gegen Ende zu, also, ja, ich hätte es lieber ein bisschen realistischer gehabt, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Zukunftsspielzeug, das war ja alles gut, aber das mit den ganzen Fantasien und so, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, würde ich mal sagen, aber, ist mal was anderes und vor allem mal was anderes in Call of Duty und ja, das wäre es eigentlich. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen und guckt meine andere Videos an, ich habe noch mehrere durchgespielte Spiele in einer Folge, also guckt es euch an und ansonsten, bis zum nächsten Mal, ich bin Jay und Ciao. Ihr wisst wie es läuft, Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video, nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt, ich hoffe es bleibt dabei und ich hoffe natürlich es werden immer mehr und ja, von daher, bis zum nächsten Mal und Ciao. 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 Ciao.